Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf zwei Kanälen direkt. Jetzt Live-Talk mit einzig Hugo, KuchenTV featuring Hugo. Wir haben alle Monate lang drauf gewartet. Wir hatten ja auch schon länger vor, mal zu sprechen, aber irgendwie hat sich das tatsächlich nie so ganz ergeben gehabt. Aber heute dafür umso länger. Ja, dann herzlich Willkommen. Und danke für die Einladung, ist ja eigentlich dein Gespräch. Freut mich auf jeden Fall, dass das jetzt mal geklappt hat. Und du kennst mich, glaube ich, schon seit meinem Talk mit Naitan damals. Da hast du das erste Mal irgendwie Ausschnitte von mir aus dem Gespräch damals rausgenommen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich kann mal gucken auf deinem Kanal. Ich glaube, das war schon das zweite oder dritte Video, ne? War das so? Nee, das war mein erstes Meinungsthema. Also davor hatte ich so Technik-Tutorials gemacht. Und damals habe ich dann gesehen im Stream, dass Naitan dieses Video gegen dich gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich lade den mal auf eine Talk ein. Boah, das ist eine gute Frage. Ja, dann kann das tatsächlich das erste Video sein, was ich von dir gesehen habe. Also von der Vogue-Bubble wurde ich jetzt öfter schon bezeichnet, dass ich bekannt dafür bin, dass ich in Talks KuchenTV verteidige. Ja, und das soll auf jeden Fall auch so bleiben. Sonst kannst du die Reactions vergessen. Okay, großartig. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Habe es ja auch zuletzt erst wieder bei Jaysus versucht. Mein Otherbestes gegeben. Ja, bei dem ist aber Hopfen und Malz verloren, wie man so schön sagt. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn du halt die ganze Zeit Strommänner aufbaust und so, kann ich halt auch nichts machen. Ja, ich wusste auch, bevor ich die Videos von Jaysus gesehen habe, auch gar nicht, wie problematisch ich bin. Also ich habe mich dann auch angefangen, selbst zu canceln, auf jeden Fall. Aber ja, ich werde mal gucken, dass ich da mein Verhalten dann nochmal anpassen kann, hoffentlich jetzt. Ja, ich... Nicht das Fall, ob es die Reste geben. Ach der Geist, das ist so geil. Ich habe ja im Talk mit ihm, mit ihm habe ich ja erst gesagt, er hätte behauptet, du hast gesagt, man soll die NPD wählen. Und im Talk hat er das halt auch wieder bestritten. Also er hat ja gesagt, du hättest dazu aufgerufen, dass man NPD wählen soll. Ja, genau. Und das habe ich gesehen. Er hat ja irgendwie gesagt, dass ich ja nicht explizit dazu aufgerufen habe. Aber wenn man so ein unkritisches Video macht, dann bringt man ja Leute eventuell dazu, dass man die wählt. Irgendwie so hat er argumentiert gehabt. Genau, aber er ist quasi ausgewichen darauf, dass er jetzt auf einmal war es keine Werbung mehr, sondern auf einmal war es eben, auf einmal war es kein Aufruf zum Wahl mehr, sondern zum, dass du irgendwie dafür geworben hättest oder impliziert hättest, dass die nicht so schlimm sei oder so. Ja. Was ja trotzdem immer noch ein Unterschied ist. Ja, ja, safe. Also der dreht seine Meinung einfach so, wie es dann passt, so, dass er trotzdem immer noch recht hat. Das ist ja immer so. Und er hat halt auch eine Wikipedia-Definition von Strommann durchgelesen und hat immer noch geglaubt, dass ein Strommann ist, wenn man auf einen unwichtigen Punkt eingeht. Obwohl es ja gar nicht bei einem Strommann darum geht. Ja. Ja, ich glaube, er versteht viele Wörter nicht. Auch das falsche Dilemma oder was er in der Reaction die ganze Zeit gesagt hat. Also das hat er ja für fünf verschiedene Sachen irgendwie eingesetzt, die alles gar nicht das Gleiche gewesen sind. Ja, er tut halt immer auch sehr gebildet, aber man merkt halt leider, dass da Wirklichkeit und wie er sich fühlt ein bisschen auseinander gehen. Es gibt halt irgendwie häufiger mal so Leute, die Wörter lernen und die dann für alles und jeden einsetzen. Also die lernen dann irgendwie so, das ist jetzt hier aber irgendwie ein falsches Dilemma, whataboutism oder Strommann. Und dann ist es aber auch alles plötzlich, weil es halt irgendwie ein cooles Wort ist, was man verwenden kann. Ja, vor allem auch mit Sozius hat man das ja gesehen, wie er sich extra so gefühlt hat. Ja, kennst du Sozius? Das ist dieser Beiwagen. Das hat mir mein Chat gerade erklärt. Guck, wie klug ich bin. Ich kenne dieses Wort. Und dann ist es nicht mal der Beiwagen. Ich habe das aber auch gar nicht in Frage gestellt in meinem Video. Ich dachte so, ja, wird halt schon stimmen, aber das ist der einfach, der hinter dir im Motorrad sitzt. Das ist halt echt dämlich. Wie kam er eigentlich darauf, dass Twizy hinter dir im Motorrad sitzt? Also ich verstehe halt die Connection nicht. Sozius ist der Beiwagen vom Motorrad und da gibt es ein Bild, wie ein Affe drin sitzt. Und was hat Twizy jetzt mit dem Affe zu tun? Also erstmal, wir haben tatsächlich mal geguckt, auch wenn du Kapuziner, Äffchen und Zirkus und so weiter eingibst, also du findest das auch gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie der darauf gekommen ist. Ja, gute Frage. Was meint er damit? Ich glaube, er wollte damit so mitläufermäßig sagen. So, dass ich quasi der bin, der Gas gibt und Twizy ist halt derjenige, der dann so mitgezogen wird sozusagen. Ich denke, dass der das so gemeint hat wahrscheinlich. Es war auf jeden Fall super weird. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass er wirklich rassistisch ist oder das rassistisch gemeint hat oder so. Aber du kannst halt safe davon ausgehen, dass wenn du sowas bei jemand anderem gebracht hättest, dann wäre der Erste, dass der komplett ausgerastet wäre und gesagt hätte, was für ein dreckiger Rassist du bist und für die nächsten zehn Jahre gecancelt gehörst. Das hätte ich mir mindestens zehnmal im Stream anhören können. Und ja, ich glaube auch nicht, also er ist auf gar keinen Fall rassistisch so. Das glaube ich auch nicht. Es war halt, ich glaube auch, also die Äußerung hat er vielleicht in dem Moment selber nicht so wahrgenommen, weil ich glaube, Jaysus ist jemand, der in Streams immer auch sehr gebildet und sehr klug tun wollte. Und ich glaube, ihm war es wichtiger, dass er jetzt sagen kann, so ja, ich habe ja das Wort Sozius gelernt. Und dann hat er vielleicht irgendwann mal dieses Bild mit dem Affen gesehen und hat das halt irgendwie verbunden, als dass er jetzt wirklich Twizy als Affen aufgrund seiner Hautfarbe darstellen wollte. Also das glaube ich auch nicht. Aber egal, wie man es dreht und wendet, eine unkluge Aussage ist es ja einfach trotzdem, weil sowas macht man einfach nicht. Ja, und vor allem, wenn man dann bei anderen so super hohe Maßstäbe ansetzt, die man dann selber auch nicht einhalten kann, das ist halt irgendwie schon wieder so doppelmoralisch. Ja, das ist ja genauso auch wie mit seinem Track da, mit den frauenfeindlichen Lines. Also kann er ja droppen, das ist ja alles in Ordnung für mich. Aber wenn man sich so als moralische Instanz hinstellt, dann sollte man das halt auch zu 100 Prozent leben. Und das ist ja gefühlt auch gar nicht möglich. Ja, aber ich glaube, er hat halt auch einfach ein bisschen was gegen dich. Und ich meine, er sagt ja einerseits so, jeder kann seine Entwicklung gemacht haben, aber bei dir sieht das sie nicht ein, weil du dann einen Joke gebracht hast noch. Aber gleichzeitig sagt er halt auch Sachen wie zumindest diesen Affenspruch, den man zumindest mal gut so auslegen könnte und der auch zumindest potenziell kritisch ist. Ja, also er hat ja, glaube ich, im Talk mit dir, hat er, glaube ich, auch irgendwie gesagt, dass er jetzt auch keine direkten Beispiele oder sowas hat. Müsste er raussuchen, glaube ich, oder so, dass das halt echt viel ist. Aber wenn ich jemanden so kritisch sehe, dann müsste ich auch aus dem Kopf heraus eigentlich zwei, drei Sachen wissen, die kritisch an dieser Person sind, wenn ich diese Meinung habe. Und er reagiert ja, also hat sehr oft auf mich ja reagiert. Also da müssten ihm ja eigentlich genug Punkte einfallen. Und ja, safe hasst er mich, ne? Der ist ja auch cool mit Bruce, da haben wir auch unsere Auseinandersetzung. Also der kann mich wirklich gar nicht leiden. Auch cool mit Dekadent übrigens, ja. Ja, ist der da nicht Mod oder so, hat irgendwer gesagt. Ja, ich... Der ist, glaube ich, Mod bei Dekadent. Es war auch auf jeden Fall ein Joke, das mit den Stimmzetteln für die AfD. Ja, das habe ich auch dann gehört, ja, weil er das Stunden später oder so gesagt hat, ne? Ja, das ist halt wieder so ein Ding. Bei niemand anderem würde er das akzeptieren. Also wenn du zwei Stunden später nach dem Spruch mit Twissy gesagt hättest, das war nur ein Joke, dann wäre das wahrscheinlich auch okay gewesen oder so. Ja, ja, safe. Da wird mit zweierlei Maß gemessen. Vor allem, er sagt doch auch, während er zu diesem Wahlbetrug aufruft, sagt er doch auch, das ist auch kein Joke. Also dann hinterher zu sagen, er war doch ein Joke, ist halt keine Ahnung, ganz weird. Also ich meine vor allem, er hätte sich ja so leicht damit rausziehen können, indem er eben nicht dazu gesagt hätte, dass es kein Joke ist. Also wenn es doch, wenn er zumindest sich diese Hintertür offen lassen hätte wollen, dass er sagen kann, es war nur ein Joke, dann hätte er das doch nicht dazu sagen müssen noch extra. Ja, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er das schon ernst meint. Ich glaube, der wird sich schon freuen, wenn da Wahlbetrug herrschen würde. Und ich glaube, im Nachhinein hat er ja wahrscheinlich Angst, dass er dafür vielleicht gesperrt wird oder so und hat dann wahrscheinlich später nochmal gesagt, so ey, das war übrigens nur ein Joke, dass ich das gesagt habe. Und ist er ja auch mit durchgekommen. Ja, aber vor allem denke ich mir halt auch so, Karl, der das jetzt gemacht hat, vielleicht war das für ihn jetzt eine krasse Aktion und er hat sich gut gefühlt, weil er jetzt eben was gegen die AfD gemacht hat damit. Aber in Wahrheit glaubt er doch nicht wirklich, dass er damit der AfD geschadet hat, oder? Nee, ich glaube auch nicht, dass einer von seinen Zuschauern das jetzt wirklich macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wobei, er hat schon sehr krasse Zuschauer, ne? Aber er wäre umso dümmer, wenn das dann irgendwie rauskommt, dass da Wahlbetrug passiert, dann kommen die Leute ja eventuell in den Knast dafür, die dann erwischt werden, also... Ja, ich meine, wozu würde das auch führen, wenn einfach politischer Wahlkampf jetzt nur noch darin definiert wird, dass man Wahlzettel von sich gegenseitig fälscht und wer mehr fälscht hat, hat dann halt gewonnen. Das würde ja irgendwie nicht so besonders demokratisch sein, auf jeden Fall. Ja, aber bei Dekadent freut er sich so lange, wie es halt die Richtigen trifft. Dann ist das schon in Ordnung. Da ist das dann nicht ganz so wichtig. Ja, ja, safe. Aber ich weiß halt auch nicht, es gibt halt immer wieder Leute, die so ein bisschen sich bei dieser Bubble anbiedern, aber dann auch nicht so voll drin sind. Also es gibt einerseits natürlich die, die dann schon sehr dicke mit Karl und Kurs sind, wie zum Beispiel jetzt Naitan, der wirklich alles mitsagt. Und dann gibt es irgendwie so eine Art Allies von dieser Vogue Bubble, wie eben jetzt zum Beispiel Jaysus oder Bartunek oder so. Ja, ich glaube, dass Jaysus einfach da halt versucht, sich wieder anzubiedern, in der Hoffnung Reichweite zu kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher auf jeden Fall. Das ist ja das, was der die ganze Zeit versucht. Ich glaube, der hat auch eine Zeit lang absichtlich immer abends gestreamt, damit er den Raid von Roos bekommt, damit er halt mehr Zuschauer hat. Ich glaube, da hat er gemerkt, bringt halt nicht so viel und jetzt hängt er halt mit Dekadent ab. Ja, und bei Bartunek, ja, also mit dem habe ich halt gar nichts zu tun. Ich habe auch, glaube ich, noch nie ein Video von dem gesehen, weil ich finde den so unangenehm. Der hat mir auch mal so Nachrichten geschrieben und der schreibt auch so unangenehm. Das ist so ein Mensch mit, also jetzt so kein Front, der kann ja nicht sein privat, aber die kommen so unangenehm rüber, da habe ich gar keine Lust, mit dem großartig was zu machen. Ja, es ist halt auch einfach langweilig. Also er ist halt, wenn er spricht, man schläft halt fast ein dabei. Ja, safe, das stimmt, ja. Ich habe ja mal ein Video zu ihm gemacht und dann auch mit ihm gesprochen. Ich glaube, da wurdest du doch bei ihm gesperrt, glaube ich, sogar im Chat. Ja, das kann sein, safe. Aber es ist halt irgendwie echt ein interessanter Charakter. Also, nee, das Gegenteil. Ja, mit mir wollte er auch reden letztens, aber ich habe einfach nein gesagt. Also ich habe mit ihm ja auch nichts zu tun. Es gibt jetzt auch kein Video oder so, was ich gegen ihn mache. Ich glaube, er versucht hat, Reichweite irgendwie überall abzugreifen und so weiter, damit er dann auf Twitch ein bisschen mehr Zuschauer hat. Also, so kurz halt für mich. Ja, das kann sein. Ja, also, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe mich mit ihm auch noch nie krass beschäftigt. Ich glaube, Imp hat den mal in einem Video gefrontet oder so. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber ansonsten bin ich da gar nicht drin. Ja, ja. Es gab damals die Geschichte, wo er zu Sinans Mutter gesagt hat, er möchte knabbern, an ihren Brustnippeln, wie Anzolettis. Ja, und Dekadena, dass du sogar verteidigst, oder? War das nicht so? Ja, ja, Karl sagte lustig in dem Kontext auf jeden Fall. Na. Da sieht man es mal wieder. Es ist halt so, immer die Frage, wer den Joke macht und wie man ihn dann interpretiert. Bei manchen erlaubt man irgendwie sehr viel und bei anderen sehr wenig. Also auch, das sieht man ja auch bei dir und Ruth zum Beispiel. Du hast 2013 irgendwie ein Video gemacht, wo du halt zu Kindern hingegangen bist und die in einem Video auf Edgy Humor mäßig, damals ging natürlich trotzdem nicht, die quasi so belästigt hast und nach sonst was gefragt hast. Da ist das natürlich das Schlimmste auf der Welt, aber bei Ruth, da kann man natürlich schon nicht sagen, dass das irgendwie prinzipiell auf pädophile Neigung schließen lässt. Naja, Sina nicht. Äh, bei Sina nicht. Sina, Sina, ja, sorry. Ja, safe, ne, auch. Also generell, glaube ich, die in deren Bubble sind doch immer so, dass sie sich halt auch so zwangsweise immer selbst verteidigen, ne. Also da wird jeder eigene Fehler wird irgendwie sehr runtergedrückt oder es wird gar nicht erst als Fehler eingesehen, während man aber beim gleichen Verhalten, jetzt zum Beispiel bei mir oder auch bei von mir aus Proletopio oder sonst irgendwen, ist es immer das Schlimmste der Welt, ne. Das merkt man bei dieser Bubble auf jeden Fall schon sehr stark. Ja, es ist halt, ich glaube, wir sind halt wirklich so, wenn einer was macht, das nicht geht, dann sagt man das halt auch so, ohne dann die Person zwangsweise komplett verstoßen zu müssen oder so. Weil das ist ja dann das, was da passiert. Wenn man dann wirklich über eine gewisse Schwelle geht, dann ist man komplett raus aus der Bubble und es gibt halt nicht diesen Zwischenweg von, man kann prinzipiell noch immer so befreundet sein oder cool miteinander sein und kritisiert sich halt teilweise, sondern es ist dann halt entweder, du bist drin und es wird alles auf Krampf verteidigt oder du bist raus aus der Bubble und du bist der Feind automatisch. Ja, safe. Okay, vor allem, es ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich mal gegenseitig kritisiert. Ich habe auch Reactions gemacht zu Just Nero, wo ich auch irgendwie gesagt habe, okay, das Video ist langweilig oder so. Das hat er auch gesehen. Ich finde, solange es halt in einem Rahmen bleibt und man sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig komplett fertig macht, kann man doch auch mal sagen, okay, die und die Aussage ging zu weit oder das Video fühle ich nicht. So, das sollte einfach ganz normal sein eigentlich. Aber ich glaube, bei dieser Bubble ist es so, die stellt sich halt so als unfehlbar dar, dass die das auch so nach außen tragen wollen, auch glaube ich untereinander und man sich halt deswegen da wirklich gar nicht kritisiert. Ich verstehe halt auch nicht, wie man dazu kommt, so zu denken. Also es muss halt wirklich so sein, dass man da halt wirklich politisch versucht, eine bestimmte Agenda durchzudrücken, I guess, und dann glaubt, das ist halt das Schlauste, wenn man wirklich versucht, Menschen, die anders denken, als schlecht darzustellen oder warum auch immer man denkt, halt sobald Leute abweichen, sie eben abzuwerten, moralisch als rechts oder sonst was zu framen, um eben die eigene Bubble als unfehlbar darzustellen. Ich weiß nicht, wie man sonst zu diesem In- und Out-Group-Denken kommt. Ja, ich würde sagen, dass die sind ja auch, also das sind ja auch alles irgendwo schon eher politische Akteure, also so Dekadent und Neidern und so. Und ich glaube, dadurch, dass die halt alle da schon sehr gleich denken, kommt halt auch eher so dieses Bubble-Denken irgendwie, weil die halt in vielen Punkten irgendwie eins zu eins die gleichen Ansichten haben. Ich sag mal jetzt, ja, bei unserer Bubble ist jetzt so ein großer Begriff, aber so die ganzen Meinungsblogger und so, das sind halt alles ja noch für sich eigenständige, einzelne Personen. Wir haben jetzt ja nicht irgendwie so ein Oberthema oder so, wofür wir uns jetzt krass einsetzen oder was wir jetzt irgendwie im Internet rausbringen wollen, sondern jeder macht einfach für sich halt seine Videos und sein Content. Da ist, glaube ich, auch diese Verbindung dann halt nicht so krass. Wie du schon sagst, bei denen es halt, die wollen ja anscheinend politisch halt irgendwie was ändern und ich glaube, dass man da dann die eigenen Fehler so ein bisschen unter den Tisch kehrt und vielleicht auch bei den kleineren Leuten, denen ist natürlich auch klar, wenn die jetzt Dekadent die ganze Zeit kritisieren würden, wahrscheinlich, dass man dann aus der Bubble wahrscheinlich auch rausfliegen würde. Das darf man auch nicht vergessen. Obwohl Karl ja selber auch schon irgendwie rausgeflogen ist. Also er ist ja, es gab ja dann diese Bubble um Kirchow damals. Hast du es mitbekommen? Die hatten damals einen Podcast? Grabenkampf hieß das? Kirchow? Kirchow und Dekadent? Genau, oder ja, Kirchow und ein paar andere. Die hatten einen Podcast, Grabenkampf hieß das. Und dann gab es die Debatte um eben, um Sexwork eben. Und Karl hatte dann eben die Meinung, dass das prinzipiell in seiner Utopie verboten werden sollte. Und Kirchow und Co. meinten dann, nee, das sollte weiter erlaubt sein. Und da haben die sich dann eben so gestritten, dass sich die Bubble quasi einmal in der Mitte geteilt hat und die sich teilweise immer noch bis heute gegenseitig in den Chats sperren oder die einen oder anderen Namen in den Chats blockiert sind und so weiter. Geil. Ja, es ist halt, also ich finde sowas halt immer lächerlich, weil ich habe ja auch mit den Leuten, mit denen ich auf YouTube oder Twitch vielleicht was zu tun habe, bin ich ja auch nicht immer der gleichen Meinung. Aber also bei denen ist es irgendwie so, wenn du anders denkst, bist du halt immer direkt raus. Auch bei mir im Freundeskreis, wenn man da von mir aus mal eine Diskussion über irgendeinen Punkt führt und man kommt halt nicht zu einem Ergebnis, dann ist es halt einfach so. Ist ja nicht tragisch. Also man muss ja nicht genau die gleichen Ansichten haben. So und wie du schon sagst, bei denen ist ja des Öfteren irgendwie so, du siehst einen Punkt irgendwie anders und dann fliegst du halt sofort irgendwie raus und wirst gecancelt. Ich check das nicht, wirklich. Also die können doch selber auch nicht glücklich sein mit dem Verhalten. Ich meine, die schaffen ja auch damit ihre eigenen Gegner. Zum Beispiel, indem man alle Leute, die jetzt gegen sie irgendwie gehen, als Sif oder so bezeichnet. Ich glaube, du bist ja Sif, ich bin Sif, wir alles sind Sif. Formt man ja auch quasi eine Bubble, die dann ein Gegenpol ist. Damit macht man sich ja quasi seine eigenen Feinde. Das ist ja auch strategisch super und, Luke. Ja, Sif, das war ja jetzt mit Yang Felsalat ja auch genau das Gleiche, dass er damals ja irgendwie einen Verteidigungstream für Shuyoka gemacht hat und dann wurde der auch irgendwie aus so Discords gekickt und so weiter und hat dann ja auch ein Video gegen Shuyoka halt gemacht, weil die halt so viel rumgelogen hat, wie du sagst. Also dieses Video und dieser ganze Skandal, sage ich mal drumherum, den hätte es halt gar nicht gegeben, wenn man da einfach vernünftig miteinander gesprochen hätte. Stattdessen hat sie jetzt dann noch ein Video abbekommen, woraus dann noch mehr Videos resultiert sind. Und ihn hat er weggestrikt, und er wurde weggestrikt von Shuyoka. Ja, aber ich glaube, das ist Video nicht wieder da, ich weiß gar nicht. Kann schon sein, aber generell erstmal zu striken. Ich sage dir, Shuyoka hat das auch bei anderen Videos gemacht, nur der Kanal war halt gerade klein genug. Ja, also, ich merke da selber auf jeden Fall, dass größere Kanäle werden auch so gut wie gar nicht gestrikt. Also jetzt bei KuchenTV Ankara haben auch schon zwei, drei Leute versucht, irgendwelche Reactions zu sperren. Aber irgendwie, es gibt irgendeine Größe, wo auch immer die liegt, wo YouTube halt diese Videos dann halt einfach nicht mehr sperrt. Aber bei kleineren Kanälen machen die das halt sofort. Meine Vermutung wäre halt, dass es am Partnerprogramm liegt. Also, dass man, sobald man im Partnerprogramm ist, nicht mehr ganz so schnell weggehauen wird. Das kann auch sein, das weiß ich nicht. Aber ist YoungFeldSalat nicht auch YouTube-Partner? Das wird ja gefühlt jeder heute, das weiß ich nicht. Nee, nee, der ist unter 1.000. Ja. Dementsprechend glaube ich, also ich wurde nicht weggestrikt, obwohl ich auch Shuyoka-Bildmaterial verwendet habe. Und ich schätze mal, ich schätze mal, wir sind schon, zumindest bin ich nicht weniger schlimm als YoungFeldSalat. Hoffe ich zumindest. Ja gut, er hat halt einen sehr langen Clip auf jeden Fall drin. Das kommt ja auch noch dazu. Also auch als kleiner YouTuber, wenn ich glaube so 7 bis wahrscheinlich 15 Sekunden oder so sind wahrscheinlich in Ordnung. Aber wenn es dann halt länger wird und du wirst gemeldet, dann bei kleineren YouTubern gucken die da wahrscheinlich nicht so krass drüber, sondern striken dann halt eher. Ja, aber es ist halt auch, es ist halt auch super. Also wer strikt, hat wirklich, hat wirklich das Game überhaupt nicht verstanden. Und wenn man dann vor allem noch selber Reaction-Streamer ist, ist es halt wirklich gänzlich lächerlich. Ja, vor allem, es ging ja irgendwie um eine Nachricht, die er irgendwie, also wo er verbildlicht hat, dass sie irgendwie im Discord eine, also irgendwie so ich freue mich oder sowas, hat er neben ihr Gesicht geschrieben. Und das war diese Lüge, die nachrichtige Logen war und das stimmt gar nicht. Und deswegen hat er, hat sie dann Strike rausgehauen. Also der Grund ist auch mal wieder komplett dämlich. Aber wie scheint, hat Shuyoka sich jetzt tatsächlich entschieden, kein Content mehr zu liefern. Leider. Ja, sie wollte vor einem Monat schon ein Video raushauen. Sie meinte, sie sitzt schon am Schnitt. Also wir warten alle. Wir warten alle sehnsüchtig auf das Video, was uns dann komplett exposen wird. Aber ja, bisher, wie du schon sagst, ist noch nichts gekommen. Sie streamt ja auch gerade nicht. Vielleicht hat sie einfach Probleme mit dem Schnittprogramm, habe ich auch gerade. Das kann natürlich auch sein, ja. Was macht sie denn den ganzen Tag auch? Von was lebt sie? Ich verstehe das nicht. Aber naja, gut. Vielleicht Herr der Ringe schauen? Ich glaube, da müsste die langsam mal durch sein. Keine Ahnung. Sabaton, ist der überhaupt schon beendet? Wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Ich habe ihr das ja vorgeworfen. Auf Twitter hat sie gesagt, dass sie den irgendwann mal fertig gemacht hatte. Aber also ich weiß es nicht. Das war wahrscheinlich ein Stream, wo sie mal nicht über mich geredet hat. Deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Aber eigentlich, jetzt komm mal, du müsstest dir eigentlich schon selber Geld spenden. damals Geld gespendet haben, damit sie den Sabaton weitermacht. Also für dich ist es ja echt, es lohnt sich ja. Ja gut, der Sabaton bringt mir ja nichts eigentlich. Wenn sie über dich reden schon. Ich glaube, wenn die, ja ja, wenn sie aber einmal in Rage ist, glaube ich, würde sie den Stream auch nicht beenden, sondern erst mal fertig reden. Die hat ja auch, ich glaube mal, sechs Stunden oder fünf Stunden oder so nur über uns und so geredet. Also ich glaube, wenn die da einmal drin ist, dann zieht die auch durch. Ich habe man ja auch auf Twitter wieder gesehen. Die macht da ein, zwei Tweets gegen mich und hat dann wirklich einen ganzen Tag lang gefühlt, wirklich allen geantwortet. alle Fronts, die sie von meinen Zuschauern und so bekommen hat. Also ich glaube, die ist dann auch wirklich komplett konzentriert und zieht auch durch, egal ob Sabaton oder nicht. Ja, die hat dann halt immer so Phasen, glaube ich, wo sie dann wieder glaubt, auf irgendwas eingehen zu müssen. Also im Stream war das ja quasi ein bisschen so der T-Tag-Move. Ja, safe. Obwohl ich sagen muss, ja, T-Tag, wie gesagt, ist mir immer noch ein bisschen sympathischer. Ich hatte ja auch privat Kontakt mit ihm und so. Aber der Stream war es nicht so. Besonders die Verteidigung jetzt zuletzt. Ja, safe. Ich bin mal gespannt, was, also er will ja noch weitere Videos machen. Ich bin gespannt, wie er da wieder rauskommen möchte. Das ist halt, also eigentlich kann der sich wirklich löschen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ihm halt geraten, vielleicht einfach gar nichts mehr zu dem Thema zu sagen und wieder positive, normale Videos zu machen. So wie du es halt damals auch nach deinem Skandal gemacht hast. was es vielleicht dann nach ein paar Jahren halt einfach vergessen ist. Ich meine zum Beispiel dieses, dieses deutsche Blut-Ding. Ich glaube halt nicht, dass das wirklich seine Meinung ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich... Boah, ich habe den Stream heute erst gesehen, weil ich dazu auch ein Video mache. Also es kommt schon, also er argumentiert das schon sehr lange auf jeden Fall. Also wenn das jetzt mal so ein Nebensatz gewesen wäre, den man droppt, dann könnte man sagen, okay, hat er jetzt nicht so gemeint oder wollte eigentlich was anderes ausdrücken. Aber ich glaube, da hat er wirklich eine halbe Stunde oder so währenddessen mit dem Chat halt genau darüber diskutiert. Also ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass er ein Nazi ist oder ein Rassist oder so, aber halt schon eine sehr komische Meinung auf jeden Fall bei dem Thema. Ja, ich glaube halt, ich glaube, es ging ihm darum, dass er meint, wenn es bei dem Schönheitswettbewerb darum gehen würde, die deutsche Schönheit zu repräsentieren, also unter dieser Prämisse, wäre er dafür, dass diese Person klassisch deutsch aussieht. Keine Ahnung wie genau. Oder klassisch einen europäischen Typ, Phänotyp, was auch immer hat. Eine Person, die aus Deutschland kommt mit deutschen Vorfahren, die für ihn deutsch aussieht. Ich meine, es ist ja auch super schwierig, die deutschen Grenzen haben sich die ganze Zeit verschoben. Vielleicht ging es ihm tatsächlich eher darum, dass die Person irgendwie aussieht wie eine Mitteleuropäerin. Obwohl es ist ja auch kein Schönheitswettbewerb mehr. Also insofern ist die Aussage eigentlich eher sinnlos. Ja gut, aber selbst wenn, also ich hätte trotzdem kein Problem damit. So Miss Germany würde ich halt auch als Schönheitswettbewerb eher so interpretieren, dass ja halt einfach eine Person, die halt ein Teil dieses Landes ist, halt als die schönste Person, sage ich mal, ausgezeichnet wird. Und da ist es mir doch egal, ob die ihren Wurzelursprung irgendwo im Iran hat oder in Afrika. Sie ist halt ein Teil dieses Landes so, die lebt ja ja auch schon seit Jahrzehnten, hat sich was aufgebaut. Also auch da verstehe ich das Problem halt nicht. Wir haben halt nicht mehr 1950, es ist halt nicht mehr so, dass in Deutschland nur blonde, blauäugige, weiße Typen rumlaufen oder Frauen, sondern sich ja Kultur noch einfach vermischen. Und das kann man ja auch mit so einem Miss Germany Wettbewerb ja auch zeigen. Ich meine, wenn man sagt, wenn das die Prämisse wäre, dann wäre halt die Prämisse seltsam. Also wenn er sagt, wenn das der Grund wäre für diesen Wettbewerb, wenn das irgendwie das Ausschlappgegene wäre, dann wäre das ja an sich schon irgendwie ein seltsamer Ansatz. Weil warum soll man nicht einfach sagen, ja die schönste Person, die halt in diesem Land lebt. Ja, genau. Man muss ja nicht mal deutschen Pass haben, das ist ja eigentlich irrelevant. Es geht ja eher um die Bewertung der Schönheit. Ja, eben sehe ich genauso. Nur er sieht das halt anders, ne? Ich weiß nicht, hast du dir den Streamer angeguckt? Also wirklich ist das halt... Ich habe mir Ausschnitte bei Catsplay angeschaut. Ich habe auch mit T-Tech danach nochmal geredet, tatsächlich. Privat. Ja. Ich meine, bei diesem Hitler-Zitieren-Ding glaube ich schon auch, dass einige übertrieben haben. Ich glaube, das war wieder so ein Ding von... Ich schätze mal, das war eine Übertreibung, die er nicht so gemeint hat. Aber ich weiß halt nicht, warum sagt man dann so dumme Sachen? Es ist halt... Ich glaube, er kommt halt überhaupt nicht damit klar, wenn man ihn kritisiert. Und er wird dann halt wirklich so... Er schaltet dann in so einen Mode, wo er überhaupt nicht mehr logisch denkt und Sachen sagt, die halt komplett komisch rüberkommen und so weiter, wo es dann halt einfach keinen Sinn mehr ergibt. Ja, ich denke tatsächlich ja genauso wie du. Ich glaube also, das ist ja auch so sein erster Shitstorm da gewesen vor einem Jahr. Ich glaube so gerade auch als kleinerer YouTuber trifft dich das dann vielleicht noch ein bisschen mehr, gerade wenn dann irgendwie so Gnu und Rezo und so weiter da drauf gehen und du hast halt nur deine 4000 Abonnenten. Das ist ja nochmal was anderes. Und wie du schon sagst, ich glaube, er kann halt... Also er ist ein bisschen überfordert gewesen mit der Situation und ich glaube, dass halt irgendwie sein Ego in dem Moment doch einfach zu groß gewesen ist, um einfach zu sagen, okay, die Aussage war kacke. Also selbst jetzt im Statement, also dieses Schlussstrich-Video, wenn er einfach gesagt hätte, ja, das mit der Teilschuld war dämlich, tut mir leid, ich meinte das nicht so, wäre das Thema ja beendet gewesen. Aber dann sagt er, ja, aber ich entschuldige mich nicht bei allen und zeigt dann so einzelne Kommentare, ja, du, dich habe ich gar nicht gemeint und die Entschuldigung geht nicht an dich. Ich meine, es war ja, die Entschuldigung hätte er ja auch einfach dann bringen können und sagen können, ja, ich entschuldige mich dafür, dass du dich davon angegriffen gefühlt hast, dass ich so dumm ausgedrückt habe. Weil ich würde schon sagen, irgendwo gibt es da bei Titek eine klitzekleine Teilschuld. Ja, safe. Ja, und dann, ja, wie gesagt, mit dem Streamer hat er den Vogelhai komplett abgeschossen. Also ich glaube, ich glaube, also Aussitzen, ja, was würde ich ihm raten? Also ganz ehrlich, aus dem Ding kommst du eigentlich so schnell halt nicht mehr raus, weil jetzt geht es ja auch nicht nur um das Teilschuld-Ding, wo man dann vielleicht noch drüber reden könnte, sondern irgendwie mit deutsches Blut, deutsche Herkunft und alles, was er da gesagt hat. Ja, ich glaube aber nicht wirklich, dass er dieses, ich glaube nicht, dass er dieses rassistische Gedankengut hat. Ich kann es mir halt wirklich nicht vorstellen, weil ich habe ja auch, ich habe ja auch gesehen, er hat einen politischen Kompass gemacht und zum Beispiel da kam er auch... Ja, das hat er als Verteidigung gepostet. Also, ja, da kann man aber auch jede Frage so ankreuzen, dass das da rauskommt. Also das habe ich auch nicht verstanden. So, ich kann ja auch von mir aus irgendwie krass links sein und trotzdem kann ich in ein, zwei Punkten auch rechts denken. Ja, klar. Also, dass er diesen Kompass gepostet hat, hat das so gar keinen Sinn gemacht. Also ich glaube jetzt, also, weiß ich nicht, vielleicht hat er auch nicht so das logische Denken oder ist vielleicht nicht so intelligent, no front so, dass er einfach nicht checkt, dass diese ganzen Sachen, die er gerade macht, ihn einfach immer mehr da reinraten. Meinst du, meinst du der, ja gut, meinst du, er kann nicht logisch denken, weil das glaube ich tatsächlich nicht, weil er hat ja früher schon ein paar ziemlich gute Videos gemacht. Also, ich habe ihn früher echt eine lange Zeit, ich glaube, wie du auch, schon eher gefeiert. Also, das waren ja schon stabile Videos, die auch meistens schlüssig argumentiert waren. Ja, das meiste war schon, war schon ganz gut, was er gemacht hat, safe, ne, aber irgendwie jetzt, ja, vielleicht versucht er auch einfach irgendwie aus Zwang irgendwelche Punkte zu finden, damit er halt weniger kritisiert wird, ne, oder er denkt vielleicht jetzt in dem Thema nicht so logisch, weil er halt jetzt nicht guckt, okay, wie komme ich da raus, sondern sucht er quasi den einfachsten Weg, so, ja, ich poste hier einfach mal meinen political Kompass und dann dürft ihr mich gar nicht haten, weil ich bin ja gar nicht rechts, ne, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich glaube halt, er wollte damit, naja, den political Kompass, wie gesagt, den hatten wir ja mehr oder weniger nach dem Talk hier mit mir, als ich kurz mit ihm geredet hatte, ja, ich glaube, das ist halt mehr oder weniger auch nicht ganz, ganz ernst gemeint gewesen als Verteidigung, das kann man, aber ich weiß nicht, man sollte am besten entweder sich sagen, man macht jetzt wirklich eine richtige Entschuldigung, wo man dann sagt, gut, man muss sich jetzt auch nicht mehr für jeden irrelevanten Minipunkt rechtfertigen, eine halbe Stunde, oder man lässt halt wirklich komplett ruhen, vielleicht ist man nochmal zwei, drei Wochen weg und macht dann wieder normale Videos und sagt dazu gar nichts mehr zu dem Thema. Boah, ich weiß nicht, ich glaube, das wird noch sehr lange mitschwingen auf jeden Fall, weil das auch generell halt so ein sehr großes Thema einfach geworden ist, Traiment hat sehr gute Videos gemacht, Catsplay auch, dann Gnu und so weiter, also er ist ja wirklich sehr verbrannt auf jeden Fall und ich glaube, gerade als kleiner YouTuber hast du halt noch so das Problem, es gibt halt wenig Zuschauer, die so diese parasoziale Bindung haben, also ich bin nach meinem Skandal ja auch sehr weit runtergegangen, aber hatte ja per se trotzdem noch gute Klicks, weil halt viele Leute mich seit Jahren gefeiert haben so und dann feiern die mich halt weiter. T-Tech war ja noch gar nicht so lange da und ich glaube, viele Leute haben jetzt auch ein sehr negatives Bild von ihm und selbst wenn er weitermacht, wäre das glaube ich immer, also wäre das für viele ein Grund halt auch gar nicht erst reinzuschauen. Es ist jetzt ja, also ich fand auch viele Videos halt unterhaltsam, aber es ist ja auch nicht so, dass er sich jetzt krass abgehoben hat oder sowas, dass er jetzt so ein krasses Alleinstellungsmerkmal hatte, wo man sagt, okay, in zwei Monaten gucke ich eh wieder da rein. Er war ein stabiler Meinungsblogger, würde ich sagen. Er war so, er hat Videos gemacht, die schon schlüssig argumentiert waren, aber er war jetzt auch nicht irgendwie so krass im Schnitt oder so wie ein Kaiser oder ein Jules oder so. Es war halt, es war halt ganz normaler Meinungsblogger-Content. Ja, genau, ja, aber eben halt kein Alleinstellungsmerkmal, ne, dass man jetzt sagen kann, okay, da gucken die Leute eh nach zwei Monaten wieder rein, weil das halt ein krasser Typ ist, der wahre Charakter war. Ja, ich meine vielleicht, ich möchte halt irgendwie ungern, dass solche Leute, die dann halt einmal in der Kritik stehen, wirklich komplett ausgestoßen werden, weil ich halt auch weiß, dass das prinzipiell dazu führen kann, dass sich Leute radikalisieren. Also, wenn man halt jetzt ihm überhaupt nicht mehr erlaubt, Anstoß zu finden unter normalen Leuten, könnte ich mir auch vorstellen, Tag mit Latze würde aber schon besser aussehen, als mit der Frisur jetzt, würde ich sagen, ne, also so schlimm wäre das bei ihm jetzt nicht, finde ich. Ja gut, das wäre vielleicht der Trade, auf dem man, ey, vielleicht wäre das ja dann der Trade, den man machen könnte, aber ich meine, es kann halt echt schnell passieren, wenn man ihm gar nicht mehr erlaubt, unter normalen Leuten einen Anschluss zu finden, dass man dann in die genau andere Bubble reinrutscht und dann vielleicht halt wirklich zu irgendwelchen Neonazis oder so. Ja gut, ich weiß nicht, aber was heißt zum Beispiel auch jetzt, also ein Teil sein? Ich meine, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob YouTube oder Privatleben so, ich habe jetzt auch wenig Kontakt zu anderen YouTubern zum Beispiel, deswegen gehe ich aber nicht in irgendeine andere Gruppe, sondern ich mache ja einfach halt meine Videos. Tidek zum Beispiel hat jetzt uns auch privat oder mir privat geschrieben gehabt, dass er jetzt dieses Umstyling irgendwie machen möchte, was wir ihm fünfmal angeboten haben. So, aber, also erstmal gehe ich halt, also klar, man will ihn jetzt nicht komplett ausschließen, so, aber zum Beispiel, ich würde jetzt halt auch kein Video mit ihm drehen, ne, also, nach den Aussagen, die er gebracht hat, will ich mich ja doch einfach nicht mit ihm sehen lassen, so sage ich halt ganz, ehrlich, ne, weil der da halt Sachen gesagt hat, die, die erstmal generell schwierig sind, aber auch komplett gegen das gehen, wie, was, was, was meine Ansichten sind und das sind ja keine 0815 Punkte, sondern sowas wie mit deutsches Blut und so, es sind halt schon harte Aussagen und, ja klar, sollte man ihn jetzt deswegen nicht komplett ausstoßen, aber, also ich habe zum Beispiel auch keine Lust mehr Videos von ihm einfach anzugucken, ne. Also, ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte kein Problem jetzt noch was mit ihm zu machen, ich persönlich sehe das halt immer so, ich trage nur eine Verantwortung für die Aussagen, die Leute wirklich bei mir im Stream oder so tragen, also, ich habe, ich habe, ich stehe jetzt nicht hinter jeder Aussage, die du jemals getroffen hast, aber hinter den Aussagen muss ich schon in einem gewissen Rahmen zumindest stehen, die du hier bei mir im Stream triffst. Ja, gut, save, aber schwingt ja trotzdem mit, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mit ihm machen würde, dann macht man ja trotzdem Video mit dem Typen, der da diese ganzen Aussagen halt gebracht hat, ne, das spielt da schon trotzdem irgendwie halt mit rein, würde ich sagen, das wird ja auch wieder negativ auf einen selber zurückgeworfen, halt, ne, automatisch, natürlich denken sich die Zuschauer dann auch so, ja, warum chillst du jetzt mit dem, nach dem der solche Aussagen gebracht hat, jetzt natürlich auch nicht für immer, klar, wenn der jetzt komplett geläutert ist und so und der macht wieder vernünftige Videos, okay, in einem halben Jahr oder so kann man natürlich wieder drüber reden, aber ich habe jetzt auch per se einfach menschlich keine Lust mit ihm irgendwas zu machen. Ja, ich glaube halt, es ist halt bei Titek das Problem, sobald er eben zu viel Kritik kriegt, schaltet er halt in diese Abwehrhaltung, wo er dann selber nicht merkt, dass er alles nur immer schlimmer macht und weitere Felder aufmacht, die es halt alles nur verkomplizieren und ihn immer weiter reinreiten, obwohl es ursprünglich wahrscheinlich noch halbwegs verteidigbar gewesen wäre, mittlerweile wird es halt immer mehr und immer schlimmer. Er muss auf jeden Fall aufpassen, dass das da, dass das so langsam mal endet. Ja, also das Einzige, was ich machen würde, ich würde halt echt einfach ein richtiges Entschuldigungsvideo machen, einfach sagen, wie scheiße diese ganzen Aussagen gewesen sind und auch nicht wieder irgendwie sagen, ja, aber bei dir entschuldige ich mich nicht, einfach ein 10-Minuten-Video, sorry dafür, sorry für die Sachen und dann würde ich auch sagen, das Thema ist beendet, dann soll der schnell drei, vier Videos, normale Videos hinterher schießen, dass das Thema abgehakt ist. Ich glaube, das ist das Einzige, was der machen kann. Würde ihm zwar keiner glauben, wie Rianico bei mir auch reinschreibt, aber also eine andere Möglichkeit hat er halt nicht. Also mehr kann der nicht machen und dann abwarten. Ich meine, ich meine, es war, es war ja, ja, du hast es ja auch schon mal aus so einer Situation, aus einer ähnlichen Situation rausgeschafft, nur, dass du halt eben danach schneller gemerkt hast, wie du jetzt handeln musst, um da wieder rauszukommen. Also die Situation vor einem Jahr war ja quasi auch der Punkt, an dem Titek hätte merken müssen, wie er jetzt schneller da rauskommt und dass er jetzt nicht unbedingt noch eine Ansage an dich machen muss und noch eine Ansage an TJ und eine Ansage an Traymond und so weiter, sondern dass er halt einfach sich hätte äußern müssen, keine Ahnung, ob jetzt im Gespräch mit mir oder in einem eigenständigen Video oder was auch immer oder vielleicht auch gar nichts dazu gesagt hätte tatsächlich, obwohl das auch wird gekommen wäre, aber dieses, er macht dann noch Videos mit Ansagen und verteidigt dann seine Aussagen aus der Position von vorher und so weiter, ist halt schon... Ja gut, bei mir ging es ja auch immer weiter runter bis Monte kam, das darf man nicht vergessen, war ja nicht so, dass ich dann jetzt gecheckt habe, was ich machen kann, außer dass natürlich die Shuyoka-Videos damals auch schon ganz gut gelaufen sind und ja klar, wenn Titek dann nochmal Videos macht, kann natürlich auch sein, dass in ein paar Monaten oder so ich oder irgendein anderer Streamer wieder drauf reagieren und die Leute dann wieder Lust haben, seine Videos zu gucken, aber er hatte ja auch vorher jetzt auch keine große Community, das kommt auch noch dazu. Also bei mir zum Beispiel war es halt so, ich habe ja trotzdem per se immer noch eine große Reichweite gehabt, das heißt, wenn ich jetzt ein krasses Video gemacht habe, dann hat sich das natürlich schneller verbreitet, weil wenn das generell immer 100.000 Leute sehen, dann verbreitet sich das natürlich schneller, bei Titek gucken die Videos halt glaube ich so 5.000 oder so, da ist es natürlich schwerer, dann wieder hochzukommen. Ja, schwieriges Thema, schwieriges Thema, ich weiß nicht ganz, ich möchte ihm halt, eigentlich möchte ich so wenig Leute wie möglich komplett wirklich ausstoßen und dann sagen, die sind komplett verloren, aber ich glaube halt, er weiß nicht, wie er es verteidigen kann aktuell. Also ich glaube, er macht es noch schlimmer, bin ich mir ziemlich sicher, mit dem nächsten Video, was er droppt, da bin ich mir ziemlich sicher. Mal gucken. Ja, vielleicht gebe ich ihm nochmal, vielleicht schicke ich ihm nochmal die Aussage aus dem Talk dazu, dann hört das nochmal von dir, was er machen soll. Ja, mal gucken, ob das was bringt, mal schauen. Ähm, ja, wo waren wir vor T-Tag, wie sind wir überhaupt zu T-Tag gekommen? Keine Ahnung. Die Dekadent-Bubble und so. Genau. Ja, Traymond hat ja, hat ja das Video auch gemacht, fand ich, zu T-Tag fand ich auch nicht so extrem gut, weil er tatsächlich meiner Meinung nach schon ein bisschen übertrieben hat. Ähm. Ich fand das schon sehr unterhaltsam, wenn man selber drauf reagiert, vorgestern, glaube ich. Ja klar, selbst unterhaltsam war es, aber ich hab halt das Gefühl, er geht tatsächlich auch ein bisschen wie diese Walk-Bubble daran und geht quasi wirklich mit so einer persönlichen Abneigung und einem Hass daran. Ja, ist natürlich lustiger. die sagten wir, er ist natürlich halt selber, er ist natürlich aber auch selber betroffen, ne, er ist ja, äh, ist ja schwarz, ne, dass dann irgendwie so Aussagen, die mit deutsches Blut und so weiter, ähm, betreffen ihn ja so gesehen auch, ne, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ich kann das schon verstehen und ja, die Jokes waren ganz funny, es ist halt gut umgesetzt. Ja, wird da mehr draus gemacht oder nicht? Er hat halt einfach in vielen Punkten Bullshit gelabert und das wurde halt ausargumentiert, ne, also ich fand das Video schon sehr gut erstellt, auf jeden Fall. Der Gaspart war ein bisschen langweilig, aber sonst, sonst ging's. Ja, Gaspart war ja, war ja Carina Pusch. Sie redet ein bisschen langsam, das ist das... Hä, nein, ich meinte das neue Video, ich meinte das neue Video. nicht das alte. Dieser deutsche Experte da. Ja, vor allem, weil er halt nicht gegen den richtigen Punkt argumentiert hat, sondern gegen das, weil Titek hat ja explizit gesagt, dass er nicht die deutschen Grenzen meint, sondern irgendwie den deutschen, den deutschen Typ, den deutschen Phänotyp, keine Ahnung, was halt immer noch hier drin ist. Die deutschen Gene. Die deutschen Gene, das deutsche Blut, das reinrassige, arische Blut. Aber das war ja eben ein bisschen eine andere Aussage, gegen der er argumentiert hat. Ja gut, das erste Video von Treyman, das ist so lange her, daran erinnere ich mich gar nicht mehr, also das weiß ich nicht. Aber ich meinte nicht Carina gerade, auf jeden Fall. Achso, ja, ich wollte nur noch eine Person hier fronten. Ja, du hast eh wahrscheinlich viele Themen immer im Kopf und musst viel, viel immer rausfinden. Ich meine, du machst drei Videos, vier Videos die Woche, Ja. Ich hätte gar nicht so viele Themen, muss ich ehrlich sagen. Ich schaff's manchmal, das einzige Woche zu finden. Ja, manchmal ist halt, also manchmal hat man irgendwie Wochen, da hat man gefühlt irgendwie zehn Themen und kann sich quasi gar nicht entscheiden, was man jetzt als erstes machen soll. Und dann hat man aber auch Wochen, wo wirklich gar nichts geht. Also letzte Woche zum Beispiel war echt hart, also bis auf das Regina-Video, das war natürlich klar, dass das kommt. Und das Jayses-Video habe ich halt Realtalk auch nur gemacht, weil ich kein anderes Thema hatte. Also ich wusste wirklich überhaupt nicht, was ich bringen soll. Und er hat ja dann auf dieses Szenic-Video reagiert, dann dachte ich so, ja, okay, komm, dann nimmst du jetzt das auf jeden Fall. Ja, und dann hatte ich auch nur Glück, dass halt das Urteil gegen Müller-Römer kam, sonst hätte ich auch kein Video für Freitag gehabt, weil er hätte Mois wahrscheinlich gemacht oder so. Ja, theoretisch gibt es ja tausende Themen, aber es gibt natürlich ruhigere Wochen, dass ich jetzt, ja, sag erst mal. Zum Beispiel Mois-Thema, das ist halt irgendwie so tief und so viel und du machst jetzt ein Video dazu und bis ich das fertig geschnitten habe, ist es komplett veraltet. Es gibt die ganze Zeit neue Sachen und... Ich mach die Videos meistens am gleichen Tag, wo ich die rausbringe tatsächlich oder einen Tag später, deswegen, also... Du hast einen Cutter, oder? Und ich... Ja, ich hab einen Cutter, ja. Der ist auch nicht so toll findet, aber ist mir egal, was soll er machen, soll er kündigen. Der hat 24,7 zu arbeiten. Ey, Bro, wenn ich um 3,8 sage, schneid ein Video für mich, dann hat er was zu machen, oder nicht? Ja, gut. Vielleicht solltest du die Slaverei-Witze in Zukunft mit deinem Cutter machen. Nein, ist auch okay. Oh, warte, ich hab meine Hälfte rausgezogen. Timo durfte sogar das Video, was heute kommt, durfte er auch heute schneiden. Also ich schicke ihm die Videos meistens am gleichen Tag, weil ich einfach faul bin und eher unter Zeitdruck arbeiten kann, aber... Ja, das Ding ist ja, also er kann die da meistens immer erst einen Tag später fertig machen, aber das ist ja nicht weiter tragisch, ne? Das kriegt man schon hin. Ja, nee, aber generell so die Moist-Sache, das war halt irgendwie... Es hat sich super gezogen und dann wusste man nicht irgendwie, welche Infostimmen konnte nicht super viel argumentieren an sich, weil es halt irgendwie mehr so dann Zusammentragen von Informationen ist und so weiter. Das hat mich tatsächlich dann eher weniger interessiert. Ja gut, weiß ich nicht, mich stört sowas nicht. Ich mache einfach Themen, wenn ich irgendwas habe, dann berichte ich halt darüber. Klar, gibt jetzt vielleicht Punkte, wo man mehr seine Meinung sagen kann, wie jetzt vielleicht dann bei dem T-Tech-Video oder bei Jayses, wo man auch dann... Ja gut, was heißt Widersprüche? Film gibt es bei Moist auch genug, ne? Aber klar, das Thema ist halt gerade, also wandelt sich halt irgendwie die ganze Zeit, ne? Weil 50 Leute Statements bringen und dann bringt Moist irgendwie plötzlich wieder ein neues Interview raus und so. Da muss man schon relativ schnell sein. Jasnero hat ja auch sein Video irgendwie zweimal nochmal umgeschnitten oder so, weil halt bei der Moist-Thematik sich die ganze Zeit irgendwas geändert hat. Ja, aber trotzdem, an sich kann man das Thema nehmen. Da kommt bestimmt auch noch was auf meinem Kanal, bin ich mir sicher. Okay, bin gespannt. Also, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ansonsten kann man natürlich auch immer mal wieder so internationale Themen bringen oder so, oder allgemeine Themen, wie jetzt, du hast ja auch so ein Format mit die abgestürzte YouTuber oder sowas in der Art. Ja, aber ist auch eigentlich fast durch, ne? Also, mal gucken. Zeo hat zum Glück vor zwei Tagen ein YouTube-Video hochgeladen. Diese YouTuber kennt heute niemand mehr. Da werde ich mir natürlich da nochmal drei rausneaken. Aber ja, so allgemeine Formate oder Themenbereiche noch zu haben, ist halt immer super, ne? Aber ich weiß nicht. Früher auch ein bisschen was über Politik und so gemacht, aber es interessiert mich auch alles einfach nicht. Und da müsste man sich da wirklich krass reinfuchsen und so, da habe ich einfach gar kein, also, weil mich das Thema so wenig interessiert. Ich mache halt eher so dieses YouTube-Gossip, ne? Aber ich feiere das auch selber. ich gucke mir das auch privat an, selber. Mit Politik muss ich mich immer zurückhalten, weil an sich interessiert mich Politik schon, aber damit macht man sich halt nochmal viel mehr Feinde. Also, in dem YouTube-Gossip-Zeug, da macht man sich zwar auch immer mal wieder so Feinde und da hat man dann halt auch Gegner, aber das ist dann halt alles eher noch so lustig, aber wenn man das bei Politik-Themen hat, dann ist es meistens schon eher ziemlich ernst und ziemlich, ja, ziemlich krass, wenn man sich da halt zu sehr reinhängt. Ja, sehr. Man macht sich ja erstmal Feinde, also mich interessiert das Thema auch so nicht so krass. Klar, privat liest man natürlich so ein bisschen was, man guckt ja schon, was halt so abgeht, aber wie du schon sagst, ne, also als YouTuber auch mit großer Reichweite sich jetzt heftig da politisch zu engagieren oder so, das macht halt nur Kopfschmerzen. Ja, und da mich das Thema generell jetzt nicht so interessiert, kommen dazu halt auch wenige Videos. Ja, aber ab und zu ist es halt, ab und zu ist es halt in Ordnung, zum Beispiel jetzt zuletzt habe ich ein Video zum Selbstbestimmungsgesetz gemacht, ich meine, ist auch irgendwo ein aktuelles Thema, kam jetzt nicht super gut an, generell meine letzten drei Videos kamen nicht super gut an, aber da ist halt immer dann das Problem, dass man, dass man sich einerseits super viele Feinde macht und andererseits auch irgendwie kriegt man dann Dislikes und dann performen die auch meistens nicht so besonders gut, dementsprechend. Ja gut, klar, man baut sich ja so eine Community auf, ich merke halt natürlich auch bei mir, dass so bestimmte Themen halt natürlich deutlich besser ankommen, generell was so YouTube Gossip ist, irgendwie so Miki TV und UpRed und so weiter performen mal ganz gut oder Shoyoka, wobei mein Miss Germany Video tatsächlich auch sehr gut angekommen ist, weil ich kann mal gucken, aber so allgemeine Themen, also gerade wenn, wenn die Zuschauer das nicht so gewohnt sind, dass zum Beispiel außerhalb jetzt von YouTube Themen großartig Videos kommen, dann klicken die halt in den meisten Fällen natürlich dann auch nicht drauf, wenn es Zeit kommt, weil die das einfach nicht gewohnt sind. Man hängt da schon so ein bisschen auch in seinem Themenbereich, ja so fest, sage ich mal, oder zumindest das Gefühl vielleicht. Klar. Eine Frage, die ich noch ganz wichtig finde, ist, ist Miki TV eigentlich dumm? Der ist schon ein bisschen dumm, würde ich sagen, ja. Safe, von YouTube Video, wir haben so, es ist so geil, ich feiere das. Ich kann hier schon mal Antisern. wie ich die Stimme nachgesprochen habe, das fand ich eigentlich fast das Lustigste dran, also mit der KI-Stimme. Ähm, ja Timo oder so, ne? Ja, uns ist irgendwie, eine Kameraaufnahme ist weg, weil Timo schneidet die Videos, er hat sich das vorher nicht rübergezogen, das macht er eigentlich, das wusste ich nicht, deswegen habe ich die Aufnahmen gelöscht, weil es auch die Kameras, mit der wir Kuchen Talks drehen, oder ich, und, ähm, die, ähm, diese richtigen Mikrofone waren nicht angeschlossen, weil uns ist vorher das GoXLR-Kabel kaputt gegangen, deswegen, also, die lustigste Aufnahme und genau bei der läuft alles schief, sehr schade. Das war ja auch so ein Ding, das war einfach so komplett undurchdacht bei Miki TV und halt noch als bester Mensch auf der Welt inszeniert und trotzdem dann so eine Aktion gebracht, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, viel war es wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, dass er tatsächlich einfach nochmal abcashen wollte und danach in Ruhe halt, äh, Ruhe halt gehen, ne, wenn er, so ein Sabaton, wenn der halt sechs, sieben Monate läuft, du verdienst ja echt unglaublich viel Geld damit, ne, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch sein Plan gewesen ist. Ich glaube, er hat gehofft mit dem ersten Video, dadurch, dass er das ja so menschlich, sag ich mal, teilweise gesagt hat, dass er einfach gehofft hat, dass sich da niemand drüber beschwert. Also die Bewertung war lustigerweise auch vor meinem Video sogar relativ positiv, weil ich war so der Erste, der sich darüber beschwert hat und dann, die ganze Szene, ne, Stay hat ja was dazu gemacht, Monte hat drauf reagiert. War das bei dir? Oder bei mir? Hast du schon mal ein Sabaton gemacht? Mh, ja, also ich hab ganz früh, hab ich mal so ein 24 Stunden Livestream gemacht und ich meinte halt, pro Sub stream ich halt länger. Also eigentlich ja, aber damals hat man das halt noch nicht Sabaton genannt. Ich glaube, das ging dann 32 Stunden oder so. Ähm, aber ich fühl sowas generell einfach überhaupt nicht. Also ich mach auch keine 24 Stunden Streams mehr und so. Ich hab schon zweimal gemacht. Also ich hatte einmal im letzten Sommer, das müsste vor knapp einem Jahr gewesen sein und einmal im Dezember jeweils zu, das war glaube ich zu 200 und zu 1000 Follows auf Twitch, ähm, wo ich dann, oder zu 100 und zu 200, keine Ahnung, es ging irgendwann exponentiell hoch. Ähm, da hab ich dann einmal auf jeden Fall 24 Stunden oder 28 Stunden und das andere Mal fast 42 Stunden, ne, fast 48 Stunden gestreamt. Ähm, wo dann auch ein großer Rate reinkam, wo dann entsprechend viele Leute gefolgt und gesuppt haben. Ja, es ist halt anstrengend und der Content wird halt schlechter mit der Zeit. Ja, bei mir war es so, ich hatte auch, ich glaube, den letzten, war es ein 24 oder 12 Stunden Livestream, der war auch, ich glaube, 12 Stunden war das, der war perfekt, weil, äh, das war genau, als, ähm, C-Max damals sein, äh, Video zur Ex-Freundin hochgeladen hat, äh, da waren natürlich schon viele Leute auf Twitch, dann zusätzlich kamen noch Mimi vs. ApoRed und ich hab ein Rate von Trimax bekommen, da hab ich auch, glaube ich, bis heute den, äh, das höchste, äh, die höchsten Zuschauer all time, bis Monte dann hoffentlich bald mal ein Rate da lässt, aber wie du schon sagst, ne, es ist halt, äh, es ist halt irgendwann, du zwingst dich einfach nur zum Streamen, so, und ich hab halt keine Lust, jetzt zum Beispiel beim Sabaton, so am Ende, also ich hab auch gar nicht die Zeit, um jetzt mehrere Tage zu streamen, davon mag ich jetzt abgesehen, aber meine Community gönnt sowieso nicht, sind alles arbeitslose Penner, aber jetzt auch beim 24-Stunden-Livestream, äh, so irgendwann, du bist halt müde, du bist kaputt, du hast eigentlich keinen Bock mehr und du musst einfach weiter streamen, so, und das fühl ich halt nicht, ich komm dann halt lieber online und selbst wenn's halt nur für zwei, drei Stunden immer sind, dann nutz ich das halt lieber, wo ich dann 100% gebe, wo ich komplett drin bin, wo ich Bock hab, als dass ich halt sage, okay, ich stream jetzt aus Zwang länger, aber ich bin halt gar nicht unterhalten, weil ich halt auch eigentlich selber gar keinen Bock mehr hab. Klar, man muss halt irgendwie den Zwischenweg finden, einerseits ist es natürlich schade, wenn man zu wenig Content liefert, das merke ich auf jeden Fall, dass dann auch die Zahlen nach unten gehen, ähm, ich war jetzt auch zuletzt erst zwei Wochen weg, dann geht's natürlich erstmal ein bisschen nach unten, ähm, und andererseits, wenn man schlechten Content liefert, will's halt logischerweise auch niemand sehen, dementsprechend. Ja, Twitch ist da generell schwierig, ne, man braucht eigentlich wahrscheinlich auch irgendwie feste Zeiten, wenn man online kommt, klar, so oft und so viel wie möglich, also ich versuche jetzt auch irgendwie jeden Tag so zur Mittagszeit zu streamen, das schaffe ich aber zeitlich auch einfach nicht immer, aber wie du sagst, also wo ich mal, glaube ich, eine Woche nur einmal gestreamt hatte, man merkt relativ schnell, dass die Zahlen auf jeden Fall runtergehen, aber für mich ist Twitch ja auch eher so ein, so ein Nebending, ne, ich brauche, ich brauche eigentlich nur die Reactions für KuchenTV und Kat, und die Subs nimmt man so nebenbei einfach mit, der Rest ist mir egal, ähm, deswegen, also ich ziehe Twitch auch nicht so 100% durch, ne, sondern einfach so, wie ich Bock habe, wie ich Zeit habe, ne, und damit bin ich dann auch zufrieden. Ja, Zweitkanal ist eher eigentlich das Intelligenteste, was man machen kann, also ich mache mit dem Zweitkanal auf jeden Fall am meisten Geld, der ist halt auch im Partnerprogramm und ich schalte alle 10 Minuten Werbung und das macht halt ziemlich gut Klicks, dafür, dass es halt auch eine Zweitverwertung einfach nur auf den Streams ist, dementsprechend, es ist eigentlich einfach gratis Geld. Ja, heutzutage ist halt, also ein Reaction-Kanal ist das Klügste, was du machen kannst, ne, du nimmst ja echt einfach, man muss ja so zusammenfassen, einfach Videos, die bei anderen gut laufen, guckst sie dir selber an, sagst ein bisschen was dazu und machst damit dein Cash, also Jakob Rätsel zum Beispiel, kennen einige ja wahrscheinlich von euch, seinen Reaction-Kanal, obwohl er den auch neu gemacht hat, der läuft glaube ich sogar besser als mein Reaction-Kanal irgendwie, weil er halt so gut im Algorithmus liegt, gerade wenn du den neu eröffnest, dadurch, dass du ja dann quasi auch nur krasse Themen irgendwie hochlädst, geht die Reichweite halt schnell hoch. Ich glaube, bei Alpha Kevin und Kaiser ist es auch das Gleiche, dass die wahrscheinlich mit den Kanälen viel mehr verdienen als mit ihrem Hauptkanal, also das ist halt schon krass, auf jeden Fall. Und gerade wenn man davon leben will... Wenig Hauptkanal-Videos, aber viele Reactions dafür. Ja, ja, das ist schon safe, aber der, weiß ich, das darf ich nicht sagen, ja, alles gut, wir können weitergehen, nächstes Thema. Du machst mit dem Hauptkanal aber am meisten, oder? Ja, also der, ich weiß nicht, die Kuchen-TV-Ankart läuft gerade mega, aber die Einnahmen gehen irgendwie immer weiter runter. Ich verstehe das nicht. Also, wo ich, also vor meinem Skandal damals, glaube ich, haben beide ungefähr gleich viel gemacht, weil ich ja auch zwei Videos auf dem Kanal hochlade. Das Ding ist, ich hatte jetzt halt auch, dadurch, dass ich momentan nicht so viel Zeit hatte zu streamen, kommt halt manchmal auch nur eine Reaction am Tag oder manchmal kommt auch keine und das merkst du natürlich dann am Ende von den Einnahmen, wenn dir im Monat zehn Videos fehlen. Klar. Wie oft schaltest du Werbung? Ach so, alle zwei, drei Minuten haut man da eine Werbung rein. Okay, da habe ich noch Luft nach oben, dann muss ich, gut. Das Ding ist, heutzutage, es wird halt nicht, es wird halt nicht jede, es wird halt nicht jede Werbung angezeigt. Boah, YouTube hat ja da ein ganz komisches System. Ich weiß auch gar nicht richtig, wie das geht, aber es wird halt nicht jede, jede Werbung angezeigt, sondern nur sporadisch einigen Zuschauern. Das heißt, wenn du mehr Werbung irgendwie schaltest, sorgst du dafür, dass halt irgendwer sieht auf jeden Fall Werbung, aber insgesamt sehen die Leute jetzt nicht jede 30 Sekunden eine Werbeanzeige deswegen und die sollen sich YouTube Premium holen, ganz ehrlich, also selber schuld. YouTube Premium macht eh super Umsätze, also das ist für die, also wenn ihr YouTuber supporten wollt, mit YouTube Premium macht man meistens tatsächlich mehr Geld für einen Klick, als wenn man Werbung anschaut. Echt? Das weiß ich gar nicht. Also es ist fast, glaube ich, doppelt so viel oder so, wenn du einen YouTube Premium Zuschauer hast. Echt? Ich kann mal gucken bei mir, weil ich, also ich bin da gar nicht drin, also man hier, ähm, 60 Euro mit Kanalmitgliedschaften, Alter, das ist aber hier, irgendwo kann man das, glaube ich, sehen, oder? Wie, äh, welche, welcher Anteil von, äh, dieses Premium kommt und was normal? Ja, ja, ich, ich, ich weiß es gar nicht. Du kannst es, glaube ich, in den Statistiken und dann bei generierter Umsatz, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist, glaube ich, ein Klick von YouTube Premium am meisten wert, tatsächlich. Ähm, ja, Zweitkanal ist halt, ist halt, wenn man gerade so Hype-Themen macht, ist es natürlich am allerbesten. Ich mach manchmal da auch tatsächlich so längere Meinungsreactions, keine Ahnung, auf Dekadent oder Neitern oder so. Ist halt, macht halt immer safe seine tausend Klicks so, weil es halt, meistens, denken, wissen die Leute schon, dass es prinzipiell lustig wird, aber es ist dann halt länger und das wird dann meistens nicht ganz durchgeschaut. Ja, gut, ich glaube, das ist bei Reactions halt generell so. Bei uns ist es halt super, bei KuchenTV Uncut zum Beispiel, weil ich gucke hier mal gerade, wir haben mal vor Jahren eine Reaction auf Blazendenja gemacht, ich mit Twizy zusammen, das ist auch das beliebteste Video da und alleine mit dem Video verdiene ich halt immer noch im Monat 500 Euro, weil sich das so viele Leute zum Einschlafen angucken und da kommt halt die ganze Zeit Werbung. neulich erst noch mal angeschaut. Ja, und da, sowas, ach, ich hab mir jetzt schon wieder rausgezogen, sowas ist halt super, ne, wenn man da dann auch vielleicht Videos hat, die so einen Wiedererkennungswert haben oder die Leute sich zum Einschlafen angucken, da sind ja lange Videos einfach besser für geeignet, das ist halt mega, ne, wenn du da zwei, drei Videos von hast, dann kannst du schon davon leben einfach. Ja klar, ich glaub, bei mir sind das dann hauptsächlich so die Talks, die noch etwas länger wahrscheinlich geschaut werden. Am größten war ja zuletzt der mit Nighthahn oder Dekalent oder so, ist halt auch alles Zweitkanal, aber das ist dann halt auch super für langfristigere Klicks. Ähm, ja, ist natürlich entspannt zum Einschlafen, zum nebenbei beim Arbeiten hören, ist halt Reactions und Talks halt immer angenehm. Ja, oder Medical Detectives. Medical Detectives? Hättest du das nicht? Ja. So eine Serie über, wo so Verbrechen aufgeklärt werden, das höre ich mega oft zum Einschlafen. Okay. Wie kann man das nicht kennen? Okay, ich glaube, ich bin Kulturwanause. Ja, ich meine, du machst ja eh super viel, ich wüsste gar nicht, wie ich das alles unterbringen soll, also streamst jeden Tag, drei Videos die Woche, Ponyhof, Podcast, manchmal noch, frag Kuchen auf Ponyhof. Es ist, es würde mich so gut gefallen. Ja, genau, einmal die Woche halt, ne? Ja, es ist halt, weiß ich nicht, meine Videos sind gar nicht so aufwendig, also dafür lasse ich mich jetzt eher zu sehr ablenken, das ist eher das Problem. Ich merke halt, in der Woche, wo ich meinen Sohn habe, arbeite ich halt einfach sehr, also deutlich produktiver, weil ich halt einfach weniger Zeit habe, da kann ich nicht so viel chillen. Und Rian Niko beschwert sich, erst die 30 Minuten. Ja, also nicht jeden Tag, ich versuche immer so zwei Stunden ungefähr, wenn ich mehr schaffe, dann, dann ist okay. Ja, es ist halt, also meine Videos sind nicht so krass aufwendig, ich mache das ja auch seit Jahren, ne? Also das Schwierige, zum Beispiel ist es auch jetzt bei dem T-Tech Video, also ich war irgendwie seit acht im Büro heute sogar, und trotzdem musste ich mir halt vier Stunden seinen Stream angucken oder habe mir dann drei Stunden reingeguckt, ne? Und musste erst mal die ganzen Clips und so zusammentragen, ne? Bei Shuyoka auch so dieses Weihnachts-Special-Video, ich glaube, da musste ich mir halt diese fünf Stunden Shuyoka-Stream auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit konzentriert angucken, um dann die einzelnen Clips rauszuschneiden, um zu gucken, was ich halt nehme. Also das frisst tatsächlich am meisten Zeit. Du schreibst dir ein komplettes Skript, oder? Ja. Also Wort für Wort. Außer für die Cake News, ja genau, außer bei den Cake News, da mache ich nur Stichpunkte. Okay, ja. Ich habe das jetzt auch mal angefangen, aber ich kriege das tatsächlich gar nicht so besonders gut hin mit dem Ablesen. Also du hast, hast dann, du hast keinen Teleprompter, oder? Du machst einfach nur... Nö, ich schicke mir das Skript auf mein Handy und dann versuche ich einfach den Absatz, also ich gebe es auch gar nicht eins zu eins so wieder, wie ich es aufschreibe, aber so ist es natürlich besser im Kopf, dann weißt du ja, was du sagen willst. Und dann versuche ich das halt einfach vorzutragen. Und du hast dann quasi einfach ein extra Setup, wo du ein Stativ und Mikrofon, nee, Mikrofon hast, du ein Ansteckmikrofon, glaube ich. Ja, einfach, ja genau, Ansteckmikrofon und Stativ, halt Kamera. Ja, ich nehme es halt einfach direkt am PC auf, ist halt irgendwie am einfachsten. Ja, früher, weiß ich gar nicht, habe ich glaube ich auch noch Videos mit der Webcam oder so gemacht, weil früher habe ich auch noch, ganz früher habe ich auch noch Bilder benutzt und so. Ja, aber weiß ich, die Qualität heutzutage ist ja auch, also geht ja auch, deine Qualität jetzt im Stream sieht ja auch gut aus, da musst du ja nicht unbedingt einen eigenen Hintergrund oder sowas haben. Nee, ich glaube, einfach eine Kamera mit guter Hintergrund und Schärfe regelt, dann sieht fast jeder Hintergrund irgendwie anschaubar aus. Ja, aber schon. so eine Wand hingestellt mit einfach Plastikpflanzen, sieht immer gut aus. Du hast glaube ich WIC kopiert, oder? Ja, absolut. Komplett. Ja, aber es sieht halt, es ist halt, ich bin halt kein Einrichtungstyp, überhaupt nicht, also ich kann das null irgendwie, ich weiß nicht. Und ja, bei WIC, das ist halt, also es ist halt echt einfach umzusetzen, ne? Du stellst ja echt einfach eine Wand hin, Licht dahinter und dann halt diese Pflanzen, das kann man halt sehr leicht, das kann selbst ich aufbauen und deswegen habe ich das einfach jetzt so hingetan. Ja, ich habe, ich habe Gönnergy-Dosen im Hintergrund, das kann man generell nicht toppen. Ja, die habe ich schon in den Kuchen-Talks, also noch mehr muss ich Monty auch nicht gönnen, irgendwann ist auch mal Schluss. Ist halt auch irgendwann, ist halt auch irgendwann eine Wettbewerbsrechtsverzerrung. Verletzung, vielleicht, mal gucken, mal gucken, was Dr. Frost sagt. Aber, Shuyokas Namen zu verwenden, ist auf jeden Fall verboten. Auch da müssen wir das Urteil von Dr. Frost abwarten. Ich liebe diesen Namen, das ist meine Lieblingsrichterin Oldtime. Ja, Richterin bitte. Das Urteil ist noch nicht da, wie lange dauert das noch? Wann wird das verhandelt? Boah, gute Frage, ich weiß nicht, ob sie Klage eingereicht hat oder nicht, wir warten halt gerade. Vielleicht hat sie auch gerade kein Geld, muss erst mal einen Sabaton machen oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Geht das überhaupt, dass man irgendwie, dass man den Namen schützen kann, dass man den nicht in Titeln verwenden darf? Das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Das macht gar keinen Sinn, auf gar keinen Fall. Also da bin ich mir zu 100% sicher, dass das nichts wird. Dann könnte man ja einfach jegliche Berichterstattung über einen verbieten lassen, weil man da ja den Namen verwenden muss. Ja, selbst damit wird die nicht durchkommen, die wird generell mit dem Punkt nicht durchkommen. Da bin ich mir insgesamt sehr sicher. Und mein Anwalt auch. Aber ich glaube, ihr Anwalt ist sich auch sehr sicher, dass er gewinnt. Aber dadurch, dass er eigentlich alles verliert, mal gucken, wer da Recht behält am Ende. Ja, es kann eigentlich auch gar keinen Spaß machen, wenn man immer alles verliert und so schlecht ist. Ja, vielleicht ist der, der ist glaube ich einfach, dem ist es glaube ich egal. Der ist einfach, der mag mich einfach nicht und das reicht schon, kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, er ist halt auch sehr links Vogue eingestellt und da auch sehr ideologisch verblendet halt. Ja, ja, safe. Das haben wir vorhin auch schon im Stream. Ich habe auf Monte natürlich reagiert. Safe. Der ist 100%ig, hat der so die gleichen Meinungen da wie Shoyoka und ich glaube, dass der da nicht aus Logik, sage ich mal, gegen vorgeht, sondern einfach, weil der mich halt überhaupt nicht mag. Ja, ich weiß halt nicht, wahrscheinlich ist es auch da wieder dieses Ding, dass man denkt, man muss politisch jetzt eine bestimmte Agenda halt supporten. Vielleicht macht er es dann auch für einen reduzierten Preis und so weiter. Vielleicht auch eine überhöhte Selbsteinschätzung und so weiter. Ja, dementsprechend halt kommt es zu sowas. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also bisher, ich habe ja gegen ihn gewonnen, hat er da noch keine Berufung eingelegt. Deswegen mal gucken. Wie darf man Ihnen denn? Clowns-Anwalt ist in Ordnung, oder? Soweit ich weiß. Ich distanziere mich grundsätzlich von allen Beleidigungen und negativen Wörtern, die hier gedroppt werden. Okay. Funktioniert auf jeden Fall genauso, glaube ich. Aber ich finde es krass, dass man Clowns-Anwalt sagen darf, aber Loser nicht. Ja, safe. Ich habe es auch nicht wirklich verstanden. Ich kann halt dagegen vorgehen, aber es lohnt sich halt wirtschaftlich nicht. Ach, für das eine Wort, kannst du ja einfach mit YouTube-Editor rausschneiden, aber es wirkt halt schon schlimmer. Clowns-Anwalt oder absolute Amateur ist halt schon schlimmer als Loser. Loser ist so ziemlich standardbeleidig. Ziemlich, Herr Loser. Ja, aber ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ich habe das Video jetzt erstmal auf Privat gestellt, vielleicht schneide ich das noch um, vielleicht lasse ich das so, ich werde es wahrscheinlich eh vergessen. Ja, aber ich verstehe das Gerichte auch nicht so ganz. Aber jetzt halt nochmal wegen den zwei Sachen dagegen vorzugehen und wieder tausende Euros zu verlieren, das macht halt keinen Sinn. Also deswegen lasse ich das jetzt einfach so liegen. Nee, es nimmt ja auch nichts weg. Also, ob du jetzt die zwei Aussagen treffen darfst oder nicht. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die anderen Sachen noch vor Gericht so ausgehen. Ich glaube, wenn es dann wirklich Urteile gegen Shuyoka gibt, ich weiß nicht, wie sie es dann noch verteidigen möchte. Dann sagt sie vielleicht, ja, die Gerichte waren halt unterwandert. Männer. Von Männern, genau. Dann macht man halt dieses Ding, ja, Rechtsstaat kann man ja eh nicht trauen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also, wie gesagt, Ende Juni ist ja die negative Feststellungsklage auf jeden Fall gegen Shuyoka da. Das ist eigentlich ein hundertprozentiges Ding, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da bin ich auch gespannt, was sie dann noch dazu sagt. Ja, dann, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, was Shuyoka dann noch sagen soll, aber sie wird irgendwas finden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie trotzdem keine Schuld hatte. Ja, sie wird dann wahrscheinlich sagen, sie darf das Urteil jetzt anzweifeln, weil du hast ja auch das Urteil wegen Volksverletzung angezweifelt. Ja, wahrscheinlich irgendwie so, das kann sein, ja. Ja, schwierig. Also, ich meine, es ist ja auch nochmal irgendwie ein Unterschied, ob man jetzt wegen einem Joke da, wo man auch noch, wo man durchaus drüber reden kann, ob der hätte es sein müssen, aber realistisch gesehen halt, dass nicht deine Aussage war oder ob man halt wirklich eine negative Feststellungsklage wegen so vieler offensichtlich ernst gemeinte Aussagen bekommt, sehe ich auf jeden Fall nochmal einen relevanten Unterschied. Ja, safe. Ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Also, Shuyoka wird auf jeden Fall danach nicht sagen, dass sie einen Fehler gemacht hat. Da bin ich mir zu 100% sicher. Zu 100% sicher. Diese Leute bestätigen sich halt immer gegenseitig und wenn man dann noch so vielleicht leicht narzisstische Züge hat oder so, jetzt nicht mal, ich möchte es jetzt nicht pathologisieren, aber ich schätze mal, ich schätze mal, viele sind, ich glaube, viele haben zumindest so ein paar narzisstische Züge. Wahrscheinlich eigentlich so jeder Streamer, YouTuber, der ein bisschen größer ist, hat eine gewisse, gewisse, gewisse narzisstische Züge, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, ich zähle mich da auch gar nicht mit raus. Es gibt auf jeden Fall auch Punkte, wo ich das bei mir sehen würde. Aber es ist halt bei manchen krasser und das Umfeld kann da auf jeden Fall viel ausmachen. Ja, also so ein bisschen auch an sich selber denken und so ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Das ist ja auch nichts Negatives. So, klar, ich denke schon, dass viele oder wahrscheinlich alle Streamer irgendwo da charakterlich vielleicht so ein bisschen gleich sind in dem Punkt. Ich glaube, sonst würdest du es wahrscheinlich auch nicht schaffen, unbedingt so weit nach vorne zu kommen. Ja, bei Shuyoka und so ist halt, du siehst es ja auch an Herr Simpelot und so weiter, dass halt, dass der das ja auch komplett befeuert. Und ich glaube, wenn du dich halt damit Ja sagen die ganze Zeit nur umgibst und nur mit Leuten, die dir sagen, dass du ja recht hast und die anderen sind ja alle so doof, dann hast du natürlich irgendwann auch diese Meinung und fühlst dich natürlich bestärkt. Und das sieht man ja auch bei Shuyoka jetzt auch wieder an den neuen Tweets und so weiter, die sie da gemacht hat. Also selbst da, sie sieht ja nicht einen einzigen Fehler ein oder nicht einen einzigen, nicht irgendwas, gar nicht so. Sie hat nur gegenargumentiert und ja, ich hoffe, sie macht weiter. Aber immerhin hat sie halt auch, hat sie halt sich von dieser Todesliste da distanziert. Ja, aber der Text war ja auch wirklich bescheuert, also wenn sie das nicht gemacht hätte. Aber der Typ war eh gut, der hat mich vor zwei Monaten schon mal irgendwie Volksverletzer Mittäter und Trittbrettoare genannt. Ja, vor allem, dass man sich überhaupt die Zeit nimmt als so, der hat ja nichts davon, der hat jetzt einfach so einen PDF veröffentlicht, wo der stundenlang dran gesessen hat. Wenn er jetzt wenigstens ein Video gemacht hätte, dann könnte man sagen, ja gut, gibt ihm Reichweite. Aber der hat wirklich nur dieses neunseitige PDF gemacht mit über 500 Twitter-Accounts mit Blog-Empfehlungen. Das ist halt krank. Also, ich bin auch mit drauf, ich bin eine Blog-Empfehlung. Hand of Blood auch, lustigerweise. Hand of Blood und Young Fails Salat, auch alle auf einer Stufe, glaube ich, prinzipiell. Ja, Bertus, danke schön für den Prime-Swap. Ja, es ist Zeit, also wirklich, kannst du dir nicht ausdenken. Ja, ich würde sagen, cringe, wenn nicht mit drauf ist auf dieser Liste. Ja, bei 550 Leuten ist es wirklich peinlich. Und dann gab es ja auch nochmal Kategorien, verschiedene Härtegrade, die dahinter dann aufgeführt wurden, aber dann wurde auch gar nicht gesagt, in welcher Kategorie man jetzt ist. Also, mich hätte es wirklich interessiert, wie ich jetzt konkret eingeschätzt werde, aber es war tatsächlich nur eine Liste, alphabetisch sortiert und dahinter gab es dann die Kategorien, aber es gab keine Zuordnung, in welcher man ist. Voll schade. Ja, ich habe das selber noch gar nicht komplett durchgelesen. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen überflogen, deswegen kann ich dazu auch leider nicht so viel mehr sagen. Eigentlich könnte man dazu fast noch ein Video machen. Ja, selbst überlege ich auch, Ja, ja, das muss auf jeden Fall eigentlich sein. Ja, ich glaube, das wäre, das mache ich sogar, ähm. Mal gucken, wer schneller ist. Ich bin, ja, du eh, wenn du schnelleren Cutter hast. Ähm, ich finde es halt wild, da ist es halt wieder das Ding von einer, der so ein bisschen widerspricht, ist gleich auf einer Stufe mit jemandem, der halt wirklich dauerhaft Content dazu macht, jetzt wie du oder, oder ich oder was auch immer. Ähm, nur weil jetzt zum Beispiel Hand of Blood einmal in einem Interview was gesagt hat, was Shuyoka nicht so ganz gepasst hat, ist es gleich alles auf einer Stufe. sobald du raus bist. also, ja, sobald du da einmal was Falsches sagst, also Shuyoka, du kannst ihr ja auch überhaupt nichts recht machen, ne, also ich habe ja auch mit Prolitopia da diesen Diskurs da gehabt wegen dem Foto von ihr und ich habe ja eigentlich gesagt, ja, die kann das halt ruhig posten und selbst das wird einem dann aber wieder negativ ausgelegt, weil man hat ja auch gar nicht erst darüber zu diskutieren, wie eine Frau sich anzieht und so, aber es ist halt egal, was du wie sagst, äh, für Shuyoka, es ist immer alles falsch und negativ, außer man spricht dir zu 100 Prozent alles komplett zu, ähm, ich meine, man merkt ja, die macht sich das ja auch mit so vielen Leuten kaputt, ne, Hand of Blood, Young Fate Salat und wahrscheinlich halt noch viele, von denen wir gar nicht wissen, also irgendwann muss man sich doch mal selbst reflektieren und sich überlegen, hm, hab ich Unrecht oder alle anderen, mit denen ich vorher cool gewesen bin? Ja, es ist, also ich möchte es gar nicht so gleichsetzen oder so, aber es gibt mir so ein bisschen diese Drachenlord-Energy, wo man so sagt, wenn man einen gut gemeinten Rat gibt, ist man schon direkt Hater, so dieses Ding. Ja, ich meine, Hand of Blood hat ja, glaube ich, im Interview auch, ich weiß gar nicht, was hat er gesagt, irgendwie beide Seiten machen jetzt keinen sachlichen Diskurs. Und machen Fehler. Es ist ja, es ist ja auch einfach so, ja, das ist ein Satz in einem Interview, der über 500 Fragen ging oder so und die rastet so aus, dass komplett Twitter und so weiter voll ist, also, ich weiß nicht, das ist also kein gesundes Verhalten auf jeden Fall. Ja, ich weiß es halt nicht. Wahrscheinlich wäre das Beste, wenn sie sich auch aus dem Internet einfach zurückzieht und oder hat... Nein, 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 die soll weitermachen auf jeden Fall. Nein, sie soll weitermachen, Shuyoka, bitte kämpf gegen den Faschismus, es ist wirklich wichtig. Geh gegen uns vor, noch 50 Videos dann, vielleicht höre ich dann auf. Ha, ja, vielleicht muss sie auch einfach ihr Umfeld wechseln, vielleicht wird es dann besser. Ja, der Polytopia-Wiefer ist so eine Sache, also ich habe erst mal, erst mal noch so ein bisschen gedacht, im ersten Video hatte Polytopia ja gezeigt, was so die Reaktion darauf war, dass er halt so ein Tweet gemacht hatte und da wurde er ja schon sehr hart für angegriffen und im zweiten war es dann halt wirklich meiner Meinung nach auch sehr übertrieben. Man hat sich dann halt auch nicht mehr wirklich mit Argumenten auseinandergesetzt, sondern dann war es halt eher so ein reines drüber lustig machen. Ja, aber es ist an sich an sich jetzt geklärt, so war nicht super inhaltlich. Ich weiß, ich finde halt, man merkt halt irgendwie, ich meine, ich folge auch ein, zwei Twitter-Leuten, so bei Shuyoka, ich meine, die hat natürlich viel Mist gemacht, aber ich habe so das Gefühl, es ist auch egal, was sie macht oder wie sie sagt, sie wird halt für alles irgendwie gehatet. Ich fand das Bild jetzt zum Beispiel halt auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe mir jetzt jetzt schon wieder rausgezogen, ich muss dieses Kabel irgendwie länger machen. Ich fand dieses Bild halt jetzt auch immer noch nicht schlimm, dass sie das halt postet, weil Polytopia doch irgendwie gesagt, ja, aber dieses Jahr antikapitalistisch und das ist irgendwie eine kapitalistische Pose oder was er da gesagt hat und ja, klar, dann so dieses übertriebene Draufstürzen mit mehreren Tweets und Namen ändern und so. Naja, wie gesagt, wir haben es ja geklärt, ist auch alles gut, aber ich finde es so, manchmal ist halt so, also da geht es nicht darum, ob Shuyoka wirklich einen Fehler gemacht hat oder nicht, sondern man nutzt einfach alles, was sie einen vorlegt als Vorlage, um irgendwie gegen sie fronten zu können und das fühle ich halt nicht. Da finde ich, sollte man trotzdem auch ihr gegenüber fair bleiben. Ja, klar, es gibt dann halt, wenn du halt so ideologisch dann gegen sie gehst, ist das halt mindestens, ist das halt irgendwann halt auch, wie wenn du ideologisch für sie bist, prinzipiell irgendwann zu viel und irgendwann nervig. Ich fand es jetzt halt in dem Kontext nicht super schlimm, aber es war halt auch nicht, auch nicht notwendig eigentlich. Ja, und wir sind ja, also im Recht, wir werden ja auch so als Sieger gesehen, wenn man das so sagen kann. Also wir haben es ja gar nicht möglich, uns auf solche Sachen da drauf zu stürzen. Also bei uns läuft ja ein, bei uns allen läuft ja deutlich besser. Dankeschön, Joke, außer bei ihr selber. Danke dafür übrigens. So, und da muss man dann, da kann man dann nochmal den Ball flach halten, wie man so schön sagt. Ja, ich meine, magst du Shuyo, kann ich einfach was von deinen Werbeeinnahmen abgeben, damit sie weitermacht? Nein, auf gar keinen Fall. Ich teile nicht mit Frauen. Okay. Ja, ich meine, dann hätte man natürlich so was wie den, wie den Southstream oder so auch nicht machen sollen, I guess. Ja, hätte man auch nicht. Also klar, ich sage ja auch nicht, dass ich keine Fehler mache, so safe. Also das Ding ist, ja, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Wie hat der Southstream eigentlich angefangen? Ja, Caches war da, klar, Caches war da. Es gibt keinen Tag ohne Caches, ohne Alkohol. Ich kann nicht sagen, dass er nicht lustig war. Ich meine, ich habe ihn auch komplett geschaut und ich musste auch ein paar Mal lachen auf jeden Fall. Also ich finde generell jetzt, dass wir daraus ein Trinkspiel gemacht haben und so finde ich jetzt persönlich gar nicht so verwerflich, um ehrlich zu sein. Ja, ich meine, dass man halt sich in einer Auseinandersetzung ein bisschen beefed und auch mal den ein oder anderen so Joke, sage ich mal, bringt, wie dass wir jetzt sagen, ey, 13 Monate trinken, weil sie das ja echt alle zwei Minuten gesagt hat, finde ich legitim. Aber klar, dann gerade unter Alkohol sagt man dann vielleicht auch mal ein, zwei Sachen, die man halt nüchtern einfach nicht gesagt hätte. Gerade zum Ende hin war ich auch gut dabei auf jeden Fall. Und ja, klar hätte man sich da auch Aussagen schenken können, aber das ist, wo wir am Anfang drüber geredet haben. Also so wie ich jetzt halt für den Stream dann kritisiert werden kann und man mir sagen kann, so ey, das war nicht in Ordnung oder die und die Aussage hätte ich zu dir sparen können. Genauso habe ich ja bei Polytopia einfach gesagt, so ey, diese Fronts gegen dieses Bild muss halt einfach nicht sein. Und ich glaube, dass man dann auch, wenn man sich da gegenseitig auch mal so ein bisschen vielleicht kritisiert, dass man so den Boden dann behält. Nicht so dieses Ja-Sagermäßige, dass man sich pusht, sondern dass man dann auch von Leuten, die auf der gleichen Seite sind, dann auch mal hört, so ey, chill mal ein bisschen. Ja, ich meine, es gibt dann halt wieder das Ding von, man muss dann auch aufpassen, dass dann so eine Person dann nicht gleich irgendwie, ja, komplett entfolgt oder komplett ausstößt, nur weil jetzt ein Fehler da ist. Aber dieses normale Kritisieren, vielleicht auch mal mit einem Front oder so, ist ja vollkommen, vollkommen legitim. Ja, also ich meine, das Ganze geht jetzt seit 15 Monaten oder so. Natürlich gibt es auch bei mir Aussagen, die nicht hätten sein müssen. So wäre auch komisch, wenn nicht so. Und das ist ja auch komplett in Ordnung. Und das kann man ja auch kritisieren. Also ich finde nicht. Nee, aber ich muss das öffentlich sagen, für den Gerichtsprozess, privat sehe ich das auch anders. Okay, großartig. Ich wollte nur sicherstellen, dass du weit auf mich reagierst. Aber an sich ist es halt schon für die meisten ziemlich offensichtlich, dass argumentativ halt eine Seite sehr stark überlegen ist. Ich glaube, das haben mittlerweile außer Leute, die halt wirklich sehr krass ideologisch eingestellt sind, alle verstanden. Ich glaube, sogar Dekalent hat das verstanden. Er geht jetzt eher so auf die Schiene, dass man sagt, man sollte trotzdem nicht so eine Kampagne fahren und so weiter. Aber ich glaube, sogar er hat verstanden, dass man es argumentativ nicht mehr verteidigen kann. Ja, der hat ja da auch dieses Ist Vegan Rechts oder sowas geschrieben. Da wurde sie ja auch von Dekalent von kritisiert. Also ja, sie macht halt leider sehr, sehr viele komische Aktionen. Also das kann man ja auch einfach nicht verteidigen, wie sie da teilweise ausrastet. Also oder wie viel sie tweetet und was sie tweetet und was sie in Streams sagt. Also sie sagt zum Beispiel selber in einem Video, dass sie halt kein Geld hat und ihre Mitarbeiter bezahlen muss und von einer Spartin lebt und ich sage dann in dem Stream aus Spaß, ja, dann brauchst du wohl einen Schuldnerberater und dann mahnt sie mich dafür ab, dass ich gesagt habe, dass sie einen Schuldnerberater braucht. Also was ist das so? Da machst du dir ja keine Freunde mit. Ja, schwierig alles. Ich hatte ja auch damals mit Karl geredet und der hat halt meistens auch echt nicht gesagt, dass irgendwie das, was ich sage, jetzt inhaltlich falsch ist, sondern meistens eher so, ja, aber das Verhältnis, in das du es setzt und das, was du damit bewirkst oder wem es helfen könnte, so hat er halt die meisten Aussagen angegriffen von mir. Ja, natürlich. Ja, man kann sich auch die Frage stellen, ob man jetzt so viele Videos dazu machen muss, oder so viele Streams. Ich finde halt, zum Beispiel jetzt heute in der Stunde kommt das nächste Shiooka-Video, aber wenn sie mich halt auf Twitter die ganze Zeit frontet und lügt und Sachen verdreht und so, ja, dann mache ich halt ein Video dazu. In der Zeit, sie war jetzt irgendwie zwei, drei Wochen weg und da kam auch von meiner Seite aus nichts, außer, dass ich halt gegen ihren Anwalt gewonnen habe, weil ich da halt gegen ihren Anwalt gewonnen hatte. Sonst war sie ja gar nicht Thema und jetzt hat sie sich dann wieder selber zum Thema gemacht, weil es ihr wichtig war, zu sagen, dass ich gelogen habe mit meinem Stream-Elements-Ding. Ja. Ich meine, du solltest jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Preis für politische und gesellschaftliche Arbeit dafür bekommen, aber ansonsten ist das unterhaltsamer Content und die Zuschauer... Doch. Ich finde, es sollte eine eigene Kategorie für das beste Shiooka-Video geben, also gegen Shiooka-Video geben bei dem Web-Video, beim Web-Video-Preis oder Video-Days oder wie die jetzt heißen. Keck-Video-Preis hast du doch sogar schon dafür bekommen. Ja, ich weiß, aber er gibt leider keine Preise mehr raus. Er hat ein Jahr, wo er wirklich Preise vergeben hat. Ich hätte gerne einen gehabt, aber... Ich auch. Und vor allem hat er mich noch vergessen. Also Imp hatte beim Keck-Video-Preis, ich habe ja auch einen bekommen, ähm, und er hatte in der Originalaufnahme erstmal mich vergessen reinzuschneiden. Geil. Hat das nochmal offline genommen und dann mit mir drin nochmal hochgeladen. Ah, deswegen war das hochgeladen, okay, ja. War nett, aber immerhin. Ja, ja. Imp ist eh ein korrekter Typ, auch wenn du früher mit dem Web hattest. Ja, ja, same. Der war auch letzte Woche mit Cash ist hier im Büro, die haben wir auch gemeinsam gestreamt, also... Wir reagieren ja auch hin und wieder... Ja, ja, wir reagieren auch hin und wieder aufeinander. Ich habe jetzt so nichts mit dem zu tun, aber ich glaube, wir beide haben uns da auf jeden Fall gut angenähert, auch von den Meinungen her, die wir damals vertreten haben und die wir heute vertreten. Ich glaube, da haben wir beide eine gute Entwicklung gemacht. Ja, ich meine... Ich meine, du... Du machst jetzt keine Wahlempfehlung mehr für die AfD und Imp ist kein Dekadent. Na, nur noch subtil halt durch meinen... Doch subtil durch meinen Populismus in den Videos halt, aber das fällt zum Glück nur Jayses auf und den kann man als dumm darstellen. Du gewöhnst die Leute an Stroman-Argumente auf jeden Fall und dem entsprechend hebst du dann der AfD. Ich meine, seitdem bei mir läuft, gehen die Prozente der AfD hoch. Das hat noch keiner gecheckt. Ich glaube ja nicht, dass du Geld von denen bekommst. Ich frage mich nur, warum nicht. Von der AfD weißt du ja gar nicht. Aber dazu darf ich auch leider nichts sagen. Ja, ich... Imp hatte ja damals auch ein Video gegen dich gemacht und ihr hattet ja damals Beef, ich weiß noch, Kaffee und Kuchen. Das war so unangenehm. Ich hatte fast ja vor kurzem noch angedrottet. Ja, ja, vor allem hatte ich auch noch... Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Dann hatten wir auch keinen Ort, wo wir das drehen konnten. Wollten erst irgendwie draußen am See, glaube ich, drehen, aber dann hat es irgendwie geregnet. Dann waren wir einfach in dieser Tiefgarage da und seit schon qualitativ war es jetzt halt schon nicht so gut. Ja, ja, es sei früher auch mit dem Lösch-Dich und so echt krassen Beef gehabt. Aber umso cooler, dass man dann jetzt halt cool miteinander ist. Ja, das Lösch-Dich-Video war ja gar nicht so schlecht damals. Also es war schon an sich ein krasses Video. Ich fand, er hat schon einige Punkte ganz gut damals delivered. Ich war nicht unbedingt immer seiner Meinung, aber es hat zumindest schon so halbwegs Sinn ergeben. Ja, ich glaube, das Ding ist, also ich habe dazu ja auch ein Antwort-Video gemacht. Also wir haben auch mal, glaube ich, vor zwei, drei Jahren da nochmal drauf reagiert. Müsst ihr eigentlich mal wieder drauf reagieren. Ich finde, das Video ist halt also zu lang gewesen. Ich glaube, das ging ja irgendwie 70, ich gucke hier gerade, 75 Minuten und da, also es wurde auch ein bisschen so in die Länge gezogen. Es waren auch ein paar Punkte, die man halt safe auch hätte weglassen können oder die jetzt nicht, die ich auch nicht als so schlimm empfinde. Ich glaube, wenn das so ein 30 Minuten Zerstörungsvideo gewesen wäre mit den heftigsten Punkten, dann wäre es wirklich krass gewesen. Aber halt durch diese Überlänge und so kam es, finde ich jetzt auch nicht so heftig rüber, wie es hätte rüberkommen können. Ja, es gibt nicht noch Tipps hier. Ich glaube, dass er keinen Lösch-Dich zu mir macht. Aber ich und Imp sollten mal ein Lösch-Dich gegen irgendwen machen. Das wäre auf jeden Fall krass. Ja, keine Ahnung. Wen hast du denn? Oder wer soll sich denn löschen? Ja, keine Ahnung, Dave oder so. Ja, MIGGTV, Shoyoka, empfindet schon jemanden. Wante auch schlimm. Gerne Hugo am besten. Ja, bitte. Würde ich ja feiern, wenn irgendjemand mal häufiger auf mich reagieren würde, keine Ahnung, Dekadent oder so, wenn die häufiger mal gegen mich gehen würden. Aber ich muss ja stand jetzt noch immer in Talks mit denen gehen, damit ich Content habe. Ja, aber danach kannst du ja immer noch mal ein eigenständiges Video machen. Ich hoffe immer noch auf ein Video zu Jases. Zu dem Jases Talk soll ich ein Video machen? Ja, oder? Das wäre eigentlich perfekt. Okay, reagierst du drauf? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann mache ich das. Safe. Okay. Dann habe ich auf jeden Fall schon wieder zwei Videothemen gerade mir hier in dem Talk merken können. Das ist ja doch schneller als gedacht. Ja, ich muss häufiger mal daran denken, zu welchen Themen ich Videos machen kann. Das ist echt so, dass ich dann immer am Ende der Woche, ich will eigentlich am Freitag hochladen, immer in die Zeitdruck komme und dann denke ich, eigentlich müsste ich jetzt schon aufgenommen haben und ein Skript fertig haben und anfangen zu schneiden, aber dann habe ich noch nicht mal ein Thema. Aber... Ja, eigentlich passiert ja genug, also kannst du ja echt zu allem irgendwie ein Video machen. Keine Ahnung, MikiTV wäre wahrscheinlich auch ein cooles Video geworden. Mach ein Video, wo du den ABK mit KuchenTV Beef zusammenfasst und 30 Minuten Film mit den ganzen Sachen, die vorgefallen sind. Das wäre auch lustig. Du meinst ein 30 Stunden Stream. Äh, 30 Stunden Video. Ja. Ja, ich bin dann erstmal für ein halbes Jahr abwesend und dann komme ich mit einem 3 Stunden Video wieder. Wer würdest du sagen, hat den Beef gewonnen eigentlich letztendlich? Boah, also ich würde sagen, jetzt halt im Endeffekt wir beide, ne? Ich würde sagen, also am Anfang hat uns das generell ja, generell hat uns das ja beide am Anfang geholfen, weil wir ja auch eine komplett unterschiedliche Community hatten, ne? Das heißt, wenn wir Videos gegeneinander gedroppt haben, hat halt keine Abos verloren, weil die Leute den anderen eh gar nicht geguckt haben. Man hat halt irgendwie ein paar Held-Nachrichten und so bekommen, das war's. Klar, dann bei meinem Skandal hat er natürlich klar gewonnen, muss man ja einfach sagen, aber jetzt, wo es halt wieder hochgeht und meine Klickzahlen ja auch wieder steigen, haben wir halt beide aus dem Beef unser Profit auf jeden Fall gezogen, ne? Na, ich glaube, damals hast du halt noch so Anti-Ausländer-Heads-Kampagnen gemacht, jetzt bist du halt bei Anti-Feministischen-Heads-Kampagnen gelandet. Ja, eben. Ich habe gelernt, Frauen sind noch schlimmer als Ausländer und deswegen werde ich das auch in meinen Videos weiter so nach vorne bringen. Großartig. Ja, aber ich denke dann... Nur ein Spaß, Twitch. Nicht, dass Twitch mich spät. Ich habe auch einen Ausländer als Mod und auch eine Frau, will ich nur mal kurz sagen, Twitch, falls ihr jetzt überlegt, mich sperren zu lassen, ne? Also, das sind Tokens. Ich wäre wirklich divers unterwegs. Das sind Tokens. Aber ich würde die auch fast bezahlen, wenn sie nicht so schlecht wären. Also, Rianico zumindest schlecht. Ja. Gut, aber ich denke, dann haben wir eigentlich einen ganz entspannten Talk hier gehabt. Wir sind schon eine Stunde, 20 Minuten drin, oder? Ja. Ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen. Ja, danke dir auf jeden Fall. War cool, würde ich sagen. Ja, gerne. Ja. Und wir sehen uns dann beim Jesus-Video. Ja, und wir hören uns nie wieder wahrscheinlich. Doch, ich fange Fake Beef an. Okay, machen wir so. Alles klar. Ja, dann tschau und schönen Stream noch. Ja, schaut bei KuchenTV vorbei. Ist verlinkt in der Videobeschreibung und so. Ach ja, schaut auch bei ihm vorbei. Ist auch vielleicht verlinkt. Okay, tschau. Bis zum nächsten Mal. da ist ja auch hier vor immer einer Zeit auf auch. Und erschein.